so jetzt sollte es gehen so chat könnt ihr mich hören ich habe mich gerade mal hier beim fritz gemutet gestern das erste mal kürbis angebaut das dauert ja ewig super danke leute für den hinweis robert vielen dank für den sub mein lieber dankeschön leute ich werde den chat heute nicht so viel lesen können wird wahrscheinlich viel los sein heute oder wenn ich wieder mikrofon geht sehr schön ich bin hier schon unterwegs mit dem vorschlaghammer ja counter strike und genau counter strike und cod habe ich dann gespielt auch mal damals noch und so was ja also ich weiß gar nicht mehr was das alles so genau war wir haben auch damals noch irgendwie keine ahnung so dritte ladenpartys war ein kumpel gemacht age of empires und sind ganzen kram gespielt alles ewigkeiten her dann habe ich jetzt damals ein bisschen war so gespielt vor kam ja oder sowas habe eine zeit lang wirklich gar nichts gespielt über den sommer und ich wollte sie immer mal anfangen weil es vielheit vorgeschlagen haben mit geil aber ich hatte nie so richtig zeit und irgendwie hatte mal so einen sonntag wo ich dachte ja okay heute passt irgendwie und da bin ich voll reingesuchtet ja gerade mit deinem ganzen youtube kram hier bushcraft und so weiter ja das passt halt perfekt das passt aber das kranke ist ich bin halt jetzt irgendwie draußen in der realität unterwegs und ich sehe nur noch daisy aktion ich bin irgendwo im harz oder sowas sehe irgendwelche strom masten und denke mir so ja okay wenn wir denen jetzt folgen müssten wir die und die ortschaft kommen alles klar da ist ein brunnen also richtig es ist richtig psycho jetzt habe ich gemerkt wo du mir das bild geschickt hast hier mit dem brunnen aber den improvisierten ofen aus der sie den habe ich getestet der funktioniert dem muss man selber kraft habe ich noch nie gemacht da braucht man eine spitzhacke und ja steine jetzt habe ich endlich meine stelle gefunden wo ich mich als ich bin übrigens rechts gelaufen also müsste ich quasi auf dem anfang von elektro sein schätze ich mal ja wenn du rechts läuft das elektro genau habe ich schon die wasserflasche am start da ist der wahnsinn vorschlag kann man sehr gut da kann man auch steine abbauen behalten unbedingt ja ich habe fast alle videos gesehen informiert bin hier nur am rumtesten machen wie gesagt gestern ist erstmal kürbis angebaut und alles was mir tatsächlich noch sehr schwerfällt ist ich weiß was neues video rausgebracht aber diese ganze waffenübersicht im sinne von welche munition welche magazine ich ist jetzt besser als die da bin ich immer noch so völlig drüber wenn ich jetzt keine ahnung wie bk 43 und diese bk 144 oder sowas 133 gibt es noch welche welche soll ich jetzt nehmen und der chat immer so nimm die nimm die nimm die ich so ja keine ahnung weiter das problem ist halt es wird auch immer wieder was geändert in daisy was zum beispiel aktuell auffällig ist die schrotflinten waren eine zeitlang extrem stark dann wurden sie extrem schwach gemacht dann wieder etwas stärker jetzt momentan mit dem damage update sind sie wieder schwächer geworden momentan lohnen sich halt schrotflinten jetzt nicht so habe ich festgestellt wenn ich nichts besseres hätte dann würde ich sie trotzdem nehmen und es gibt aber halt leute die haben die sie zu einer zeit angefangen wo die schrotflinten hat vor gerockt haben und die sagen dann natürlich nicht unbedingt die shotgun ist immer so ein bisschen schwierig also ich würde zum beispiel immer sagen bk 18 beziehungsweise eigentlich beides nur für nahkampf dann die shotgun eben jetzt auch drei verschiedene munitions typen also diese gummi dinge sind die grüne die roten genau die roten die sind nicht mehr so stark habe ich festgestellt also die letzten shotgun attacken die ich versucht habe selbst doppelschuss als zwei läufe gleichzeitig abgefeuert auf 20 cm entfernung zwei rote patronen die streuen wo ja gerade für nahkampf gut sind dann ist er weiter gelaufen hat den gar nicht gejuckt so also die roten sind nicht mehr so gut glaube ich wenn dann würde ich die grünen nehmen ja und die weißen sind halt zum ohnmächtig ballern wenn du überfälle so machen willst Popo danke für die dritte bis mal lieber dankeschön leute vielen dank dass ihr alle da seid ich kann heute nicht so viel mit dem chat quatschen ich habe hier ein anfänger an der backe was sagst du ein besen ist doch nicht so geil mit dem kann man halt am anfang kämpfen zombies um klatschen wenn du nichts besseres hast aber das einzige was du machen könntest wenn du jetzt platz auf dem rücken hast den zweiten slot noch frei man kann den besen auch mit der hand praktisch auseinanderbrechen zu kleinen stöcken und einem langen stock das ist ganz praktisch so zu wissen am anfang gerade jetzt als freshspawn ich bin übrigens fast ein elektro gerade am anfang als freshspawn was sich jetzt lohnt ist man hat noch keine guten klamotten also feuer machen so dann kann man schon mal ein bisschen zeit gewinnen ist der energieverbrauch hat nicht so nach so weil quasi diese diese kälte drin ist ja genau oder man pokert und schaut direkt nach besserer kleidung ich habe noch nie am anfang vorher gemacht weil ich glaube wenn du ja auch du kannst ja mit den händen glaube ich rinde abschaben und das alles machen aber das macht ja auch deine händer wie kaputt also rinde geht nur mit etwas spitzen was scharfen das geht auch ein schraubenschlüssel oder so oder irgendwas scharfes hat messer den händen kannst du nur kannst du nur büsche klein machen ja okay dann war das ja ja meine taktik die letzten male war eigentlich immer police station feuerwehr und krankenhaus da ja da habe ich mich immer schön voll gelootet so da ich immer ganz cool sagen von ja ist eigentlich auch so mit die besten anlaufstellen ich denke mal da ist ja schon alle häuser vor mir schon gelootet haben deswegen schlage ich mich mal gleich zum hafen durch dass wir deine angel kriegen ich bin gerade bei dem beim hafen bei den containern perfekt die boote am strand entlang hast du jetzt auf dem weg dorthin nicht mitgenommen oder die habe ich nicht quasi zum ersten haus hin aber ich bin jetzt bei diesen ganzen cargo containern gerade am hafen okay perfekt die frage ist hier irgendwo ich habe die parallel die karte offen eigentlich irgendwo ein brunnen oder so ein elektro da ist in der nähe von der polisen brunnen der ist hier oben erst okay ja aber das ist ja schon richtig tief drin dann ja genau obwohl das von hier ist gar nicht mehr ich bin okay ich sehe gerade auf der karte es gibt ja quasi zwei cargo dinge drei markt dankeschön also zwei plätze wo diese cargo container ja genau da ist weiterhin noch mal so eine so eine wie sagt man da landzunge so ich bin jetzt bei den auf jeden fall dieses hafenbecken sehe ich gerade aber die container sind ja wie alle zu ich müsste gleich jetzt bei dir in der nähe sein warst du schon beim ersten kran den sehe ich gerade hast du einen roten rucksack auf ja okay dann lass ich dich am leben hast du den besen zufällig noch nee aber ich habe das hier mit ja genau das rohr nicht dass irgend so ein stolz kommt und uns hier vermöbeln möchte noch auf jeden fall geiler style ja genau wasserflasche habe ich auf jeden fall wenn wir am brunnen sein sollten ich habe schon kalt magazin gefunden also wir könnten jetzt aber dass ein rucksack und zombie mit rucksack wir könnten jetzt schnell nach einer angel gucken und dann haken hier am hafen dann richtung police schnell schauen auch wegen grunnen der ist ja dahinter irgendwo und glaube ich und dann könnte man schon richtung landesinnere gucken eigentlich ja wenn ich hier am strand rumpimmeln ist halt immer so ein bisschen ich glaube der zombie kann sich nicht entscheiden wenn er von uns lieber fressen wollen würde so super ok rucksack tarnung ist jetzt noch nicht so gut aber gut dieser am anfang das ist dann step two ja also meine beiden werte sind auf jeden fall schon gelb da also ich habe ich habe nichts wenn wir jetzt ganz schnell eine angel finden dann sind wir schon mal auf dem weg dass wir noch das schaffen schon die ganzen containers die alle zu das ist echt suboptimal hier wer noch mal genau ich habe einen raincoat gefunden da können wir uns armen binden dann kraften ich habe einen grünen regenmantel und mein schwarzer regenmantel liegt jetzt hier falls du regenmantel willst ne die jacke die ich anhabe ist ein bisschen wärmer bei der bleibe ich früher waren die regenjacken halt mega gut sind die gar nicht mehr so gut die lohnen sich nicht mehr so also es gab da so probleme es gab da so probleme ohne cold nice direkt eine waffe mit muni am start ich habe einmal baked beans oh fuck 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 wo ist mein kannst du mich verbinden scheiße warum habe ich kein ja warte warum habe ich kein bandage scheiße ich habe es wahrscheinlich irgendwo in der jacke gehabt und habe die abgelegt schau mal hier die da kannst du nehmen ich habe zwei das ist ja dämlich danke dir genau also früher waren die regenjagen halt mega gut wegen überraschung regenschutz aber ja genau das größte problem war halt einfach dass du dich voll gesaugt hast mit wasser wenn es geregnet hat und daisy das ist auch im grunde genommen immer noch so aber dass dein stamina balken kleiner wird durch das gewicht das haben die rausgenommen weil das für probleme gesorgt hat mit der server performance und seitdem sind die regenjacken nicht mehr so krass empfehlenswert weil du hast zum beispiel jetzt mit einer mit einer richtigen mit so einer wolljacke zum beispiel oder mit einer bomberjacke hast du immer noch ein bisschen bessere kälte isolation auch wenn der komplett voll gesaugt ist dann also das kleidungsstück ah nice ok so vielleicht auch die container da drüben schnell abchecken oldjet hat dankeschön für die 500 bits und äh ja generell dieser stream gerade hier ihr merkt ich bin mit apfelnudeln unterwegs bisschen hier vom daisy profi lerne ich werde natürlich nicht so krass wir auf den chat eingehen aber ihr könnt natürlich gern ein bisschen zugucken beim daisy spielen und den ein oder anderen tipp mitschreiben den er mir dann wieder erzählen könnt wenn ich ihn vergessen habe so das heißt die es ist für mich cleverer jetzt die arbeiterjacke zu nehmen oder also ich glaube vom platz her ja vom platz her ist die auch besser und wenn die jacke nass wird dann hast du gleiche isolation wie mit der regenjacke praktisch weil die isolation wird halt schlechter durch das durch die nässe ja ist ein bisschen komisches system kommen hier wäre sogar ein picoat wenn wir den reparieren hätte er sogar noch mehr funktion noch mehr isolation genau aber ansonsten hätten wir es schon fast das ist nicht gut keine angel gefunden ich zock mir immer die hühnchen die bei rumliegen herum ich würde auch eher sagen wir gehen mal richtung stadt und gucken ja das war glaube ich mal richtigen oder richtung brunnen ja auf jeden fall kann man zumindest erst mal das machen und vielleicht sind wir auf dem weg halt irgendwie ja wir hätten ja auch viele häuser noch dann gehen wir die einfach mal durch ansonsten als im startgebiet haben die zombies öfter auch gerne mal so kleinigkeiten zur pastete oder so bei sich ja ja ich habe einmal leber pastete hier gerade also breiter heim und 70 magazin perfekt ist dein leben auch auf gelb oder rot oder was wo du bist schon gelb ich bin noch voll weiß okay dann dann schauen wir mal das tätchen genau zu gleich mal futtern und dann gucken wir dass wir schnellstmöglich zum brunnen kommen ich habe eine dose bagged beans aber ich habe kein kein messer müssen schauen dass wir ein messer kriegen genau dann gehen einfach da vorne die häuser durch bis richtung polize damit wir dann zum brunnen kommen hier sind abflammbaum okay hier sind kaban da hast du gesagt der sky der stimuliert kam an ihrer wollen man ja dieser wollmantel ja wenn die demoliert sind ist nicht so gut könnte man reparieren aber ich würde den liegen lassen so weil du hast ja schon ne jacke die jetzt medium ist was ist die ach du spielst wahrscheinlich auf englisch ne jaja auf englisch ja ok naja ich habe auch ein sledgehammer gefunden perfekt hätte hier noch ein rock für dich so dann mache ich mal hier mit den zombies schneiden und dann rechte straßenseite gucke ich gleich weiter ich habe streichhölzer und kapuzenpullover abgenutzt also in ein bisschen besser als moderat isoliert ne deiner jacke ist auch moderat die arbeiter sachen ich habe jetzt auch schon ein bisschen was zum trinken gefunden so zuckerhaltigen kram da könnten wir jetzt auch ein bisschen hochpushen okay also mein tränen ist auf jeden fall auf gelb ja wir machen es jetzt so damit wir hier du hast wahrscheinlich blaue temperatur oder ja ja okay damit ist der energieverbrauch nicht so hoch ist da wir sind hier gerade schon so ein bisschen im struggle wir machen jetzt gleich hier in diesem haus schnellen feuer schon die zwei stöcke die sollten dort erst erreichen gehen wir schnell hier rein machen hier ein feuer war zu zunder stück papier habe ich da am start dann kann ich ja die die streichhölzer quasi nehmen genau sind du das mal an und trinkt das hier schon mal gefg haut einfach 29 99 raus vielen dank in der hoch in der hoffnung auf weitere geile projekte wie sein muss weit vielen vielen dank danke für den support ja wie viele folgen machen wir da jetzt insgesamt 16 stück sind das das ist ja richtig da ist da haben wir gut was zu gucken dann soll ich das komplett aus trinken oder nur zur hälfte mach komplett ich habe schon eine zweite dose gehabt die habe ich auch schon ausgetrunken jetzt fragt nach natürlich das apfel nudel das hört man noch an der stimme also ist deine entscheidung die mützig die ich hier hingelegt habe diesen bisschen wärmer wieder ein helm aber der helm ja ein bisschen schutz aber mittlerweile ist also seit den letzten updates ist die schutzausrüstung nicht mehr so useful ich glaube mittlerweile eigentlich fast nur noch mit mit mützen rum diesen wärmer und fertig so jetzt ist zumindest alles schon mal wieder weiß das sieht schon mal gut aus genau jetzt warten wir bloß bis unten rechts das plus kommt ja und sonst hast du den glow stick noch das hübsche ding hier ja das schon ist nur recht dunkel auf dem server müssen wir schauen wie wir so klarkommen ja ich habe tatsächlich am anfang deswegen auch meine mullbinde weg wahrscheinlich irgendwie als das erste kleidungsstück getauscht habe ja war da das zeig noch drin das war natürlich dämlich ja so jetzt drückt das schon mal schnell hier im treiber ein bisschen die helligkeit anpassen sonst sehe ich nur noch schwarz habe ich glaube ich auch gleich noch mal habe ich dich schon vorgewarnt also bei mir fällt das internet gerne mal komplett aus natürlich so ich habe das plus ja ich noch nicht aber krass das war mir am anfang gar nicht so bewusst dass muss dass man sich quasi aufwärmt an einem feuer damit der energieverbrauch nicht so ist weil wenn einem die ganze zeit kalt ist geht quasi die energie oder generell also nahrung und wasser halt schneller runter genau also wenn ich mich noch richtig erinnere ist es sogar so dass türkise bedeutet du verbrauchst statt ich glaube das war irgendwas dunkel ach du scheiße ja ja es ist wirklich dunkel hier ok warte ich gucke mal ob ich hier kurz ein bisschen den homespot den konnte ich noch nicht aktivieren machen wir so ja geht es oder ja ja geht aber so krass dunkel was auf den anderen server nie ja das ist ja ein bisschen schon ein bisschen härter wie sonst da siehst du ja gar nichts mehr warte mal es ist ja sehr gut isoliert oh ja die ist gut die ist so geil die ist richtig gut dann nehme ich deine die du gerade an hast so ok ansonsten essen trinken ist gerade eben gar nichts mehr jetzt oder hier sind auch so lassen haben und hab schon ja macht das in zweit nehmen oder geht der kaputt der hammer weil ich sie schon da drüben das dauert lange bis der kaputt geht da oben war gerade schon jemand am rumlaufen mit licht sehr weit ganz hinten am anderen ende von der stadt sind auf jeden fall leute in der nähe genau ansonsten du hast hier praktisch kein essen mehr ich hab die bagged beans aber kein messer und da haben wir drauf heute ist ja glaube ich ziemlich dumm erst die sache also normalerweise hier in den häusern da looten die leute meistens schon ja recht frequent durch entsprechend hat man hier keine großen chancen was zu finden gar keine orientierung gerade mehr weil es so dunkel ist leichte wanderschuhe na dieses du bist jetzt die straße weiter nächstes haus oder ich bin jetzt wieder draußen ja hier ich sehe dich ah ja ok genau deine weiße hose ist sehr gut zu sehen gut dann behalte ich die mal für die für den rest der nacht noch an da vorne wäre jetzt noch ein kleines hafen stück da hätten wir vielleicht noch mal eine chance eine angel zu finden also nicht können wir da auch also gut dann dafür bräuchte ein messer weil die letzte mal habe ich mir selber eine angel gekraftet das geht ja wenn du ein messer hast sie genau ich würde sagen wir nehmen jetzt mal jedes kleidungsstück mit dass wir finden ja dass wir daraus verbände bauen können und dann daraus wiederum seien genau ein bein lagerfeuer drei wenn das wollen ich gehe mal links in das haus rein capri hose hat die ganzen stück jetzt einfach hier war ein rucksack ich habe noch ultra viel platz trick mütze normal kleidungsstück gefunden also wir sind auf dem richtigen weg wir bräuchten eigentlich nur noch ein messer jetzt ja das stimmt der sergeant hause mich mit 132 zuschauen vielen vielen dank jetzt haben wir sind daisy mit apfellnudeln hier dankeschön jetzt habe ich dich natürlich glatt mal verloren ja an der kreuzung für den fall habe ich hier meine ja 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 mein leuchtstück dann kann ich jetzt immer zeigen wo ich grad bin alle du kannst ihn quasi ach so weiter alles macht den an rucksack oder hat nicht nur am rucksack leute da ja dauerhaft als ich immer so an rucksack hin machen vom inventar aus genau und dann wieder weg genau das stecke ich ihn wieder rein ich hätte für dich jetzt auch hier gerade noch hier ist auch noch ein leuchtstück für dich das ist schon ein kleiner pro tipp hier ich würde sogar fast sagen in den häusern da ist schon alles durchgelootet wenn wir jetzt zombies killen da wäre die chance noch ein bisschen höher dass wir da vielleicht ein messer und ein bisschen was zu essen kriegen ok ich erkenne halt so ein muster also wenn fünf sechs häuser vor mir kein essen mehr drin ist dann gehe ich stark davon aus dass jemand da warten gerade da hinten schon lichter gesehen habe jetzt genau da hinten hätten wir noch so ein hafen stück da könnten wir unser glück jetzt noch mal versuchen also wenn ich bei mir in den stream reingucken ist wirklich alles schwarz also ich habe das extra filter mir gebastelt dass man also dass die zuschauer praktisch noch recht gut sehen als ob fast tag wäre okay kann ich dir mal off stream dann irgendwann mal zeigen die einstellungen für die zuschauer auch echt gut aber war der kran jetzt noch mal irgendwo hier leuchtturm genau da hinten da haben wir den kran das noch ein paar einzelne häuser größte problem ist halt jetzt dass wir so die energie die wir jetzt in form von essen finden die teilen wir uns quasi jetzt die ganze zeit das macht den struggle natürlich jetzt ein bisschen härter zu beginnen ach so ja klar wenn weite alleine jetzt durch looten würdest dann könnt ihr alles für dich nehmen wir quasi das doppelte genau ich bin jetzt bloß schnell hier ein stück noch mal hinter zu den boten am strand direkt gelaufen ja ich bin direkt links neben dir da findet man ab und auch mal so einen kleinen angelhaken oder so aber ist die tagesnacht zeit rhythmus ist ja genau hier wie auf den normalen server ich meine schon dann ist es ja deutlich länger hell als dunkel gehe ich von aus ja also müssten jetzt normale settings sein ja so hier ist noch mal kleidung ja wir hätten eigentlich schon fast alles nur wir bräuchten bloß noch ein messer ja genau oder wir finden hier direkt eine angel ich kann ja gleich ein passion store aufmachen bist du ja schon ist eine mütze ist das hier ach so ist das lagerfeuer genau da vorne hätten wir es dann gleich noch so ein hafen gelände noch mal so ein kleines wir kommen hier nicht rüber ist ja du gut was langsam kritisch hat schon gelbes essen jetzt auch gerade eine rohrzange ok brauchen wir nicht jetzt noch ein rohr also ich bin doch gleich ehrlich zu dir ich selber wäre nicht an der stelle wo du praktisch gestartet bist an diesen großen berg dort in der mitte der zwischen cerno und elektro ist dann gehe ich noch elektro sondern nach cerno weil das der hafen viel größer ok das ist schon mal gut zu wissen und größere hafen mehr angelhaken mehr angeln perfekt habe eine dose gefunden ja die habe ich auch noch gehört auch hier die ganze zeit an mich die zombies mhm ah hier ich auch erstmal sehen zack so nix dabei scheiße so das kleine werte häuschen hier hinten habe ich auch schon gelootet siehst du das rote licht ja 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 ich bin direkt neben dir hier ah super alles klar cool dann hoffe ich jetzt mal dass wir da vorne bei dem hafen noch was finden es sind halt hier rund um elektro halt mega wenige so container war da gerade ein schuss? oh ich habe gerade nichts gehört oh ich habe gerade paranoia also ich höre die schüsse oft auch nicht wenn ich quatsche in welche richtung hast du den schuss gehört? na da oben also da wo er kam kirche, elektro aber weit weg ok also hört sich so an so ich bin schon beim hafen ich auch ich bin hier gerade ich bin quasi auf den hafen rauf und dann am wasser nach rechts gelaufen ah jetzt habe ich schon ein rotes symbol verdammt ok hilft nichts dann werde ich jetzt mit dem hammer die dose aufmachen ja ist zwar nicht so schlau aber jetzt in der situation so ich bin jetzt gerade beim kran wieder also irgendwie in die vom kran aus in richtung elektro habe ich jetzt war gar kein container offen irgendwie ja ich habe jetzt mal meine dose gegessen warst du in dem haus hier schon? ja ah wir haben gerade richtig pech ne cerno wäre auch die bessere adresse gewesen das macht aber nichts ähm ich überlege jetzt gerade wie wir am besten laufen gehen wir am besten landesinneren hier war ich schon überall dort wo du warst also der hafen den hätten wir jetzt schon komplett durchgecheckt guck hier danke für den sap mal lieber dankeschön also wir hätten ja noch eine dose für dich wenn du jetzt du hast schon gelbes essen oder? ja ich habe gelbes essen genau ja dann gehen wir mal dann gehen wir mal hier in den wald rein und mach du mal ruhig deine dose auf mit dem hammer da vorne im wald dass wir schon mal ein bisschen luft haben so ein bisschen zeit gewinnen ich wüsste da schon noch ein paar stellen wo wir eine chance auf ein messer haben ja wieder ein schuss gehört aus der gleichen richtung genau bekriechen wir uns hier mal kurz gehen wir einfach mal Richtung landesinnere und schauen dort so 57% übrig in der allerhöchsten not habe ich noch einen verrotteten apfel hm den habe ich jetzt extra mal behalten ja ich wüsste noch ein paar stellen wo wir noch die chance auf ein messer haben klamotten hätte ich so typisch gestellen also klar hochsitz ist ja manchmal so ein ding aber wo sonst weil das ist auch öfter so ein punkt wo ich denke ey so ich bräuchte ein messer weil du das halt für alle möglichen werkzeugaktionen brauchst aber finde meine meisten messer finde ich gefühlt wenn ich irgendwen kille und der hat dann irgendwie immer sechs stück bei so gefühlt ja die wissen warum ne es ist wichtig du brauchst eigentlich nur ein messer und ein haken egal wo du den haken her bekommst so dann bist du eigentlich schon safe ja also meinst du Angelhaken hm also Knochen, Huhn, Knochen, Mensch, Knochen ja würd grad sagen genau ja so habe ich es auch immer die letzten Male gemacht ja aber genau für diese ganzen Sachen brauchst du halt immer äh nen Messer genau also zum zum häuten zum Feuer machen ist das nicht schlecht zum Angel bauen also wir kommen da jetzt gleich in so ne Region da ist oft so Hunter Loot also auch so Jägerstand mäßig ok da hoffe ich mal dass wir da was finden Zombies laufen da auch rum oh Vorsicht hier ist ein Felsen da müssen wir jetzt aufpassen ja hat es einen Grund warum ich hier grad langsam laufe hm hm ich kenn das hier hm 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 22 aber ich glaube dies kompletter müll wurde mir gesagt mittlerweile geht die Also mit magazin in verbindung und dann schön durchspammen die schüssel mit links klick Da kann man schon was reißen mit dem teil mittlerweile Also die macht nicht wirklich schaden aber der gegner geht schnell in ohnmacht mit dem teil Jetzt hast du aber gehört ja ja bk 18 Okay, wir müssen nur schnell den felsen finden Das habe ich auch komplett vergessen dass wir mit dem hammer Ich habe gerade wieder blaue temperatur mein charakter war gerade schon am zittern aber ich habe auch immer noch meine kurze wand aus glaube ich die scheiße Ja Caprihose warum ziehe ich nicht an sondern wenn ich ein bisschen dämlich oder was Das ist auch eine kurze Schwach isoliert schlecht isoliert Weiß ich habe einen stein gefunden Ende grüß dich Ja du musst das ganz auf hintereinander Kann man das bei jedem stein machen oder bei irgendwelchen speziellen Moment ich war gerade im chat was meintest du? Ähm kann man das bei jedem machen? Bei jedem stein, jedem felsen oder ist das Das müssen so kleinere sein So kleinere die hier in der spielwelt rumstehen oder am strand da geht das So perfekt sind wir schon mal da in der hinsicht safe Du hast schon steinmesser hier Das erste hätte ich schon mal So Gut Steinmesser haben wir schon mal genau Eieieiei ist das ein Struggle Ähm War das zwei mal sechs oder zwei mal zwölf? Zwei mal sechs War das zwei mal sechs oder zwei mal zwölf? Genau So Genau ich habe auch schon hier ein paar steinmesser Drei stück die reichen erstmal messermäßig Passt das schon mal Kann ich aus Mützen keine Stofffetzen herstellen? Oh ich glaube nicht Ah ok Dann kann ich die ganzen scheiß Mützen aus mir ablegen Ja hoffen Mützen gesammelt Also ich habe jetzt gerade sechs Stofffetzen habe ich Ich habe hier für uns noch Armbindengelbe gemacht Mach ich mir drauf Mal schauen jetzt habe ich hier Genau nochmal drei Hast du gerade noch ein Steinmesser genommen? Ähm Moment Oder habe ich das gerade irgendwie verstanden? Das kann sein Ja ich habe eins genommen und ich dachte das war meins Ok hier bitte Ja ich war gerade nur verwirrt Ja So und wie war das mit den großen Steinen eigentlich da Achso da kann ich nochmal Ah mit dem Vorschlag kann man nochmal aufteilen Genau ja Ok Aber ich habe auch schon drei Messer dabei Also das ist jetzt mittlerweile kein Problem mehr so Auf die Messer bezogen sind wir schon mal safe eigentlich Achso Ah Soll ich mal meine sechs Trocken? Äh behalte ruhig Wie viele hast du jetzt insgesamt Stofffetzen? Äh sechs Weil ich die Mützen alle nicht Ah Aber ich könnte ja mit dem Steinmesser eingeschmeißen, so ein Busch irgendwie. Ich hätte schon ein Seil. Hast du schon ein Seil? Genau, wir brauchen eh bloß eine Angel. Dann tun wir bloß noch schnell hier so einen größeren Busch klein machen. Naja, ich suche nämlich gerade einen, aber ich such keinen. Ähm, ja, pass nur auf, mit einem Messer am besten machen. Äh, hab ich schon eine Hand. Nicht, dass wir hier uns eine Schnittverletzung holen. Nicht, dass wir jetzt gleich hier eine Wundinfektion haben. Perfekt, hab hier schon einen langen Stock, einwandfrei. Also ich kann ja schon mal Würmer ausgraben. Oder vergammeln die die Würmer? Nö, die bleiben wie sie sind. Ja gut, dann kann ich ja schon mal sehen. Also hab ich noch nie erlebt, dass die Würmer vergammelt sind, bevor ich sie überhaupt benutzt hab. Ist ja dann kann ich ja schon mal. Normalerweise kein Problem. Die fertig machen. Aber klar, dann brauchen wir ja trotzdem irgendwie noch ein Hühnchen oder sowas, ne? Genau, Knochen. Ja. Ich bin aber guter Ding hier, da vorne, da haben wir jetzt noch ein paar Häuser und dann geht's weiter zu so einem Camp. Okay, also ich hab Steine, Steinmesser, Würmer, 6 Stofffetzen. Perfekt. Ja. Ja, ich hab ne Angel schon am Start. Gut, das sieht schon mal gut aus. Ja. Okay. Ah, schon wieder gelber Hunger. Ich lauf jetzt noch extra langsamer. Mhm. Der Energieverbrauch müsste dann ein bisschen geringer sein, wobei... Jetzt hat irgendwer was geschrieben von wegen, dass man es dreifacher verbraucht, wenn man quasi sprintet. Mhm. Mhm. Glaub ich schon, ja. Oh, hier ist gefährlich. Oh Gott. Ja. Hier ist mega gefährlich. Oh Gott. Oh Gott. Gehen wir lieber andersrum. Und der Chat schreibt schon die ganze Zeit, wird's langsamer wieder hell, wir sehen überhaupt nichts. Ja, aber besser so, wie auch Frau Fischlund von einem Cheater gekillt werden, ne? Ah, das war halt ein bisschen nervig. Mhm. War aber auch das erste Mal. Oh, das war ganz, ganz strange. Sali, ja, danke schon für die 200 Bits. Oh, Vorsicht, hier ist auch noch mega steil. Äh, ich seh schon. Krass. Hier geht's auch noch mal steil runter gleich. Glaube ich. Genau, aber hier unten bei dem Feldweg, da kann ich dann das Licht wegpacken. Da bleibt's dann gerade. Uh. Das, ja. Wollte ich noch stoppen, da war's schon zu spät. Genau, und jetzt hier den Feldweg weiter, die Straße entlang, da haben wir so ein Jägercamp. Da haben wir vielleicht eine Chance auf den Huhn und vielleicht ein richtiges Messer. Die Zombies haben vielleicht was zu essen dabei. Warum heißt Apfel-Nudel eigentlich Apfel-Nudel, wird gerade gefragt. Das ist mal, war's auch schon ein tausendmal erklärt. Also, also in meinem Chat, einfachste Lösung in meinem Chat, einfach ausrufe Zeichen Apfel-Nudel eingeben. Kommt dann so eine riesen Erklärung, ähm, das ist halt so ein, so ein Gebäck. Weißt du, was eine Kirschnudel ist? Ne. Gibt's das nicht bei euch? Ne. Wo kommst du her, aus welcher Region? Schwaben. Ah. Ich hab mal drei Jahre in Stuttgart gelebt. Ah, nah dran. Da kennt man das glaube ich nicht mehr, aber... Ja, das ist halt so, so ein Hefeteig-Gebäck. Und eine Kirschnudel ist, Überraschung, mit Kirschen gefüllt und eine Apfel-Nudel mit Apfel-Zimt. Ach, krass. Ja. Ja, also das gibt's halt wirklich. Okay, ich dachte, das ist einfach so ein random zusammengesetztes Ding. Ja, und ich hab mir damals einen Twitch-Account erstellt, ohne irgendwelche weiteren Absichten. Ja, der Klassiker. Und dann irgendeinen random Namen nehmen. Ja, und dann... Damals noch bei der Mutter gelebt. Die hat dann in dem Moment gerade im Ofen Apfennudeln gehabt. Und ich so rum überlegt so, ah, was mach ich jetzt für einen Namen, ne? Bin unkreativ. Geil. Ja, und dann so in den Ofen geguckt so, boah, Kohldampf hab ich auch. Ja komm, jetzt nenn ich mich einfach so. So, ich geh schon mal in die nächsten zwei Kleinhäuser. Perfekt. Looten. Also ich probier's. Sag mal mal so. Uh, da hat jemand ganz schön viel Zeug gedroppt. Hm. Hier ist nix. Aber... Hier waren auch schon Spieler. Ja. Hier ist nochmal ein Vorschlaghammer. Hm. Dann müssen... Oh, alles leer. Ist hier los? Gar nichts. Hm. Zum Glück wird wenigstens gleich hell. Ah, hier über die Brücke rüber, ne? Oder? Ja. Ja, da drüben ist noch was. Wir bräuchten nur einen Huhn, dann werden wir safe. Was ich auch komisch finde, normalerweise sind hier ultra viele Zombies am Start. Die sind alle tot. Da hat ein Spieler vor uns aufgeräumt. Das ist natürlich jetzt... Für uns ganz schlecht. Loot-technisch. Mhm. Oh, ich hör welche. Zombies. Oh, super. Ey, die kommen aus dem Wald grad gefühlt. Ah, Tatsache, die sind sogar im Wald. Aber die könnten für uns was zum Essen dabei haben. Der hatte schon mal nichts. Jawohl, der hat ein Messer. Oh, geil. Ah, wir haben ein Steinmesser. Scheiße. Wir brauchen ja gerade Knochen. Okay, ich hab noch einen Leuchtstab. Ich nehm mal lieber mit. Uh, hast du gesehen? Hier ist eine Wehrenfalle. Echt jetzt? Ja, ja. Aufgespannt? Ach, krass, hier unten. Die ist aber schon zu. Neu. Ich bin da voll durchgelaufen. Mhm. Ah. Oh, krass, hier ist Skorpion. Hier hat jemand Feuer gemacht. Uh. Äh, Skorpion und CR 116 Magazin. Ist das dafür? Ne. Äh, hier ist auch noch ein Steakmesser. Also hier hat irgendwer auf jeden Fall Feuer gemacht. Das liegt alles vorm, vorm Kamin. Kurzer Stock liegt hier noch. Oh, jetzt tauchen sie auf, die Zombies. Gerade hier noch mal vier Stück umgelegt. Ich hoffe nur, dass noch mal einer eine Dose hat. Ah, jetzt hab ich Hunger, Durst. Kein Huhn in der Nähe. Ah, richtig an Lucky hier gerade. Da ist, äh, einfach nichts drin. Und wir sind jetzt, glaub ich, durch mit den Häusern, ne? Ja. Wir haben nur noch da oben links so eine kleine Hütte. Und dann kommt so ein See noch mit Booten. Ah, hier noch mal ein Zombie? Mhm. Äh, ich würde vorschlagen, wir gehen gleich weiter. Weil, ja, Hunger, Durst. Also, ich werde nicht mehr lange durchhalten. Ja. Ja, ich bin auch gelb-gelb. Außer, wir finden jetzt noch... Gelb-gelb bist du schon? Mhm. Ah, shit. Uh, okay, gut. Schauen wir mal hier rum. Also, ich hab halt noch eine Plastikflasche mit 22% Wasser, aber ich hab halt... Nee, da wirst du nur krank, lass mal. Ja, deswegen. Wir beeilen uns jetzt einfach. Wenn wir es nicht durchschaffen sollten, dann droppen wir unseren Loot einfach an irgendeine Stelle und laufen noch mal hin. Ansonsten, der, der zuerst umkippt, der... Der andere darf dann jeweils aus dem... Von uns beiden die Knochen machen. Hahaha. Hahaha. Ja, da darfst du. Das ist Survival. Hm. Jaja, klar. So, genau. Jetzt gucken wir... Ich hoffe jetzt mal, dass wir hier bei den Booten vielleicht noch irgendwie einen Haken finden. So, zumindest schon mal leicht hell da hinten. Aber das wäre jetzt wirklich die einfachste Methode, wenn wir einfach jetzt hier... Ja, es ist ja das Einzige, was uns noch fehlt in unserem Angelversorgungskonstrukt. Das theoretisch, ich könnte mich ob... Bitte? Was sagst du? Hm? Meinst du mich? Nee. Oh, mein Apfel ist rot. Ja. Meiner auch schon ein bisschen länger. Äh, genau. Was wir machen könnten... Also ich kenne die Spawns halt recht gut. Du legst mich einfach um. Machst aus mir dann... Äh, aus meinen Knochen praktisch dann... Äh, einen Angelhaken und ich lauf nochmal hoch. Das wäre so eine Idee jetzt noch, die ich hätte. Das war schon eine ganz schön makabe. Haha. Ja, ich hab... Hier war einfach ein Steak drin im Haus. Ein gegrilltes. Hä? Im Ofen drin. Da hat jemand ein Steak vergessen. Lol. Wir sind gerettet. Wo bist du? Ich geb dir die Hälfte. Ich bin in dem roten. Ich bin grad, äh... Ja, ja, da war ich gerade. Komm aus. Da in dem Ofen. Hä? Andere Seite? Hier, hallo. Ah, hier. Guck hier, ich leg's dir auf dem Boden. Warte, hier ist er mir, oder? Hm? Ich hab ihn doch grad... Ich hatte da irgendwie grad ingame reden hören. Das war ich. Hier so. Ach so. Ach so. Also ich hab das so eingestellt, wenn ich ingame rede, dann hört man mich im Discord nicht mehr. Ach so. Auf die Art und Weise kann ich auch dir ingame vermitteln dann, wo ich gerade bin. Ja. Soll ich aufessen? Ja klar, let's go. Ich hab auch, äh, jetzt grad eben gegessen. Ich bin auf weiß wieder hochgegangen. Ja, mal gucken hier. Erstmal drei Pfeile. Schau mal auf gelb. Boah, krass, Alter. Wie lucky war das denn gerade? Uh, mega lucky. Übel. Und 30 Sekunden vorher sagst du einfach kill mich und mach Angelhaken aus dem Video. Also ich sag's jetzt mega ungern, aber wir müssen nach Star Royale hochgehen. Ja, wir könnten ja auch noch ein Brunnen vorher mitnehmen, damit ich mir eine Flasche mal endlich aufhören kann. Und da oben ist ein Brunnen. Schlechte Nachricht, Star Royale ist, äh, ist die Battle Royale Endzone. Ja, schön. Von, von Gernarus. Aber gut, wir, wir haben uns entschieden. Ich hab ja einen Hammer. Richtung Elektro zu laufen. Wir können uns natürlich auch den Hirsch holen, den wir da hören. Ja, den Hirsch hab ich auch gerade schon gehört. Maus und Moni hab ich auch. Das wäre sicherer. Dann gehen wir den Hirsch jagen. Was, was hast denn du zum Schießen so alles? Ähm, also ich hab auf jeden Fall einen Hammer. Sporter hattest du, glaub ich. Ja, ich guck grad mal. Oh, ein Schuss. Besser als nichts. Also ich hätte eine Colt mit vier Schuss. Puh. Und ich, ja gut, ich hab hier kein Magazin. Also ob wir da den Hirsch kriegen? Ich glaub's ganz ehrlich nicht. Also ich hab neulich auch ein paar probiert und da hab ich, also wenn ich überlege, ich mir der Sporter einen Schuss habe, da kann ich mit dem Hammer auf den Hirsch losgehen. Aber es ist jetzt wieder hell, jetzt sieht man mal wieder was. Gott sei Dank. Ja, für die Scorpion hab ich kein Magazin Shit. Boah, jetzt zwei, was soll das? Oh, jetzt hast du drei auf einmal geholt. Oha. Boah. Ei, scheiße. Ja, gut. Ähm. Gut. Ja. Das Problem ist auch, die Colt ist halt bei mir schon schwer beschädigt. Also wenn ich versuche den Hirsch zu killen mit den vier Schuss, könnte vielleicht gerade so klappen. Aber dann hab ich ne Ladehemmung mittendrin und ja. Wäre dann auch nicht so gut. So, du blutest gerade. Äh, C drücken. C. Eieieiei. Nee, also hätten wir jetzt für die BK 18 hier einen Schuss. Hast du zufällig, äh, diese, diese graue Munition mit dem bronzenden Kopf? Und ich hab neunmal 19 hab ich. Mhm. Sonst nix. Und ich, ich hab einen Schuss ij 17. Mhm. Mhm. Den einen Schuss könntest du theoretisch in die Skorpion reinladen, aber zum Jagen reicht das natürlich nicht. Für die Skorpion auf Magazin? Ja, doch das. Ja. Danke, Gully. Ja, auf jeden Fall kein Verband mehr, das Oschmann ist so geil. So, hier wär noch ne Schutzweste. Oh Gott. Ich hab beide. Ich würde diesen wahrscheinlich mit dem Hammer jagen. Ähm, ich bin übrigens rechts den Berg hoch die Straße. Ach so, okay. Mhm. Ja, ich glaub ich seh dich. Hast du zufällig ein Glock 19 Magazin? Ähm, ich kann nochmal gucken, aber... Ne. Beziehungsweise im Spiel heißt die ja 91. Ne. Ich hab... Oh, die hat hier... Die sieht besser aus. Ähm, ne, ich hab nur Munition. Mh. Mh. Mit der... Ah, ist ein bisschen blöd, ne. Mit der... Mit der Glock könnten wir theoretisch jagen gehen schon. Aber die ist halt auch nur mit einem Schuss zum Chambern, ne. Das Essen ist jetzt auch wieder auf. Gelb und Trinken auch. Okay. Puh. Was auch öfter gibt dort oben Richtung Star Royale. Öfter mal vielleicht Ziegen. Oder Schafe. Mhm. Genau. Und ich würde nochmal schauen, dass wir den Energieverbrauch ein bisschen senken, indem wir nochmal ein Feuer machen. Ja. Ich hab immer noch meine scheiß kurze Hose an, ey. Mh. Wir haben aber auch ein Pech, ne. Wir bräuchten bloß eine Patrone für die BK 18. Dann könnten wir den Hirsch hier ganz easy umlegen. Mhm. Ja komm, wir machen hier hinter dem Baum ganz schnell ein Feuer. Genau, da sind ein paar so Dinger. Ah, Cut Bark. Cut Busch. Hier. Den da machen wir mal eben klein. Ich hab noch meine Streichhölzer. Perfekt. So, ich nehm gleich mal hier ein Stück Holz. Du kannst gerne das zweite noch in die Hände nehmen. Mhm. Das machen wir grad mal eben hier ein bisschen versteckt hinter dem... Warte mal, hab ich das denn? Ach doch, ne, hab ich. Genau, ich zünde gleich an. Ähm. Ähm. Ich glaube, du baust auch immer ein Lagerfeuer, bevor du anzündest, richtig? Ja. Genau. Musst du nicht machen. Also du kannst doch einfach so, schau, hier so ein Rack hier hinlegen und so direkt anzünden. Und dann legst du das Feuer einfach nur noch drauf. Äh, also das Feuer drauflegen im Sinne von, äh, Holz? Äh, sorry, das Holz, ja. Ja, okay. Okay. Ich sag immer Feuer, obwohl ich Holz meine. Keine Ahnung, wie sich das bei mir eingebürgert hat. Kann man da eigentlich theoretisch zu nah dran, dass man sich quasi so an den Flammen... Ja. Also wenn du das Feuer berührst praktisch dann... Hm, okay, genau, das meine ich ja. Warum sind hier im Lagerfeuer gerade zwei Leuchtstäbe gewesen, hä? Die hab ich da reingelegt, zum... Ach. Einfach so Schrott halt entsorgen. Ach so, echt? Ja, ja, ja. Ähm, so, warte mal. Das hier. Äh, so, komm. Genau, ein richtiges Messer hab ich auch schon gefunden. Warum kann ich die demolierte Daunenjacke nicht zu Stoffwetzen machen, hä? Ah, die ist zu dick. Ja, ey. Hm, hm. Mhm. Ah. Boah, ich schieß gleich einfach so auf den. ja wir könnten es versuchen mit dem hirsch aber wenn wir den dann nicht kriegen dann sind wir halt wirklich grip also sicherer wäre richtungs dabei gehen da ist nur das problem viele spieler oft auch voll voll equipped auch die halt bvp suchen aber mit glückheit auch vielleicht ein schaf oder ein huhn zumindest ja wie waren das dann hier in schweden mit der nahrungsbeschaffung ist es zu viel spoiler wenn ich da was fragt und du darauf antwortet ja weil das quasi in den nächsten folgen würde viel vorab nehmen oder also können überreden jetzt schade 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 aber in den vorherigen folgen ist mir aufgefallen also da hat ein paar der martin zum beispiel der hat den guten frühstatt glaube ich noch der hat ja auf dem pilze direkt am anfang gefunden ja auf jeden fall also das war ja das war krass angekommen einmal umgeguckt und da war ja alles voll das hat ja auch beim der war der war noch nackt direkt erst mal ein pilz geflögt haben klatsch nass in der kälte erst mal ein pilz reinzenecken so ich habe das plus und ich bin krank erkältung oder was ja erkältung wahrscheinlich du müsstest auch gleich plus haben perfekt alles klar so spuren beseitigen sagt was geht es jetzt einfach die jacke da liegen lassen ja in der natur draußen wir sind in der endzeit wir sind in der endzeit hier ist ein pilz das ist ein pilz aber der ist vergammelt hier ne der ist getrocknet oh super den kannst du essen wenn er getrocknet ist perfekt jawohl wir haben gerade noch von stein pilzen geredet das verschafft uns ein bisschen zeit liegt hier wo er hat echt die hälfte über gelassen hier ist noch einer perfekt wo wir sind gerettet das kann stimmen martin erzählen so warte hier komm jo super perfekt jetzt werden wir gleich einen schönen trip kriegen ja hier in diesen ich weiß gar nicht ob ich schon mal daisy pilze gefunden habe ich glaube ich habe noch einen gefunden oder ne hat nur den anschein gemacht war nur so ein stück holz trip kriegen in der sie geht das nicht mit den trips es gab früher mal in der alpha fliegen pilze von denen ist man schnell krank geworden hat mal lebensmittelvergiftung bekommen die sind aber irgendwie nicht mehr im spiel seit der neuen version ich denke mal die kommen noch irgendwann wieder aber haben die auch einen sinnvollen zweck oder es ist einfach nur so ein gag die fliegenpilze ich gehe mal davon aus das ist so das gleiche prinzip dann wie mit verrotteten essen so wenn du wirklich so gerade die allerletzte methode halt dann noch um überhaupt irgendwie den magen voll zu kriegen in der hoffnung dass man die richtigen tabletten dabei hat oder gleich findet das hat es nicht viel gebracht die pilze leider ne irgendwie so gar nichts ne da ging auch nur ein pfeil nach oben und das war es auch schon hier auf der wiese sehe ich öfter auch mal schafe oder ziegen aber bei unserem glück dass wir heute haben natürlich wir hatten gerade mit dem gebratenen steak hatten wir schon richtig glück gerade kurzzeitig das hat uns wirklich den arsch gerettet gerade eben ich höre jetzt auch kein tier nichts ja hier noch ein pilz perfekt aber der ist warte nee der ist verdorben ach nimm ihn trotzdem mit für die not ja verdorbener pilz für die allerhöchste not kann man den noch schlucken natürlich in verbindung mit vitaminen im nächsten update sollen ja auch die kohletabletten wieder funktionieren dann kann man die pilze einfach so essen so muss die tabelle jetzt verdorben sind genau also natürlich nicht den ganzen pilz aber so um den hunger zu unterdrücken kann man das ist ein schaft da vorne jemand stück weiter rechts stück weiter dann auf zwölf geradezu ne ziege glaube ich ja oder ziege oder irgendwie sowas oh wir sind gerettet naja die müssen erstmal kriegen ohne aber eine headshot zu kill kassieren oh oh ich hab schon hunger ähm ich würde einen vorschlag machen wir teilen uns eben auf dass du dich gleich ums feuer kümmerst und ich schaue dass ich die ziege krieg jetzt die frage willst du feuer draußen machen haben oder also hier vorne ist der roi auf keinen fall in einem haus auf gar keinen fall ich würde sogar sagen wir gehen hier links runter da haben wir so eine schräge da laufen wenig spieler rum so wie ich das kenne genau und guck mal hier hier sind doch ein paar dichte bäume hier unten vor mir wenn du wenn du hier hinter den bäumen irgendwo ein feuer machst und ich hole gleich das tier dann komme ich gleich die schneise wieder runtergelaufen fieber habe ich auch schon genau also wir brauchen nur ein feuer und dann zwei angespitzte lange stöcke noch wir sind gerettet halleluja ich mache drei kreuze jetzt versuche ich es mal mit dem hammer das tier zu holen ich muss schießen sorry ja hab ihn du hast da noch ein bisschen wasser in deiner flasche ja ja perfekt weil ich werde mir gleich die hände noch waschen müssen jetzt hoffe ich nur dass hier keiner darauf aufmerksam wurde sehr gut mein magen ist schon auf rot wundervoll wäre sonst langweilig oder ja klar so hier ist der feuer brennt gut ah ja ich sehe dich gerade kann ich das brennholz eigentlich irgendwie das ist dann einfach so wie es ist kann ich nichts im stock machen doch ich glaube mit einer axt kann man es ist rinder abschneiden wenn ja auch nix so gut feuer brennt schon mal sehr gut gemacht dann brauchen wir bloß noch hast du schon lange eine zufälle ja einen lang habe ich gerade bekommen den spitze ich gleich an und fange an zu grillen es wäre nur nett wenn du mir gerade die die flasche noch droppen würdest dann kann ich meine hände gleich sauber machen ja die flasche ist gedroppt ein spitzenstock oh das wasser reicht nicht okay ähm macht aber nix den spitzenstock welche droppen äh am feuer liegt schon das ähm essen dann kannst du gleich grillen anfangen ich hole mir noch einen zweiten stock eben wir machen es dann gleich so dass du mich fütterst weil deine hände sind ja noch sauber ja dann werde ich nämlich nicht krank das wäre jetzt fatal so ok ich bin jetzt gerade schon mal am rösten das dauert halt hier ne perfekt ja bei mir ist jetzt alles schon komplett rot ups was macht er denn ja jetzt das fett braucht wahrscheinlich auch länger als ein steak ne ähm glaub ich gar nicht also ich hab's nie wirklich jetzt nachgemessen am normalen ofen im haus da geht beides immer gleich schnell meine ich perfekt kannst du dann gleich äh du selber die hälfte essen und dann den rest mir verfüttern das ist der plan weil bei mir brennt's schon ähm das ist gleich fertig dann stehe ich auf moment jo achso geht auch so geht auch so oder ja ah super und hier hast du gleich das zweite stück am boden ah geht grad nicht weil ich hier mit dir interagiere so jetzt legts am boden okay gut ja hätten wir das schon mal geschafft dann esse ich das jetzt auch mal zu hell soll ich das komplett essen gleich hm ja mach das mal hm so dann kannst du gleich das nächste noch grillen wenn du willst das tier hat jetzt uns gerade noch gerettet hier jo das habe ich nur äh das problem ich bin rotes trinken ich müsste sofort zum brunnen dann gehen ja naja das soll machen ist zwar toteszone da vorne aber hilft nix naja gut aber ohne trinkung bist du auch tot so oder so sind wir tot ne war tierisch noch irgendwas oder habe ich gerade das letzte du hast das letzte du hast das letzte okay sehr gut ist bei 45 prozent mhm achso ich fütter dich ja dann wieder ne genau ja das ist auch wegen flüssigkeit bräuchte ich grad dringend nochmal das füttern dann ja so perfekt ähm ja ich bin schon rotes leben wäre gut wenn du mir die beiden steaks schnell verfüttern könntest wie sieht es bei dir aus mit trinken äh ist gelb okay gut dann dann schaffen wir es noch wenn jetzt du mir die beiden steaks verfütterst mhm dann sollte ich genug flüssigkeit haben um das noch zu schaffen so deine flasche hast du ja wieder oder warte ich weiß ich kann ich ins inventar während ich nicht fütter oder nicht fütter erstmal fütter erstmal so perfekt ich bin gelb wieder mit trinken äh ne flasche habe ich nicht mhm du hattest doch da vorhin eine flasche abgestellt oder ja genau ich glaub du hast die ah ok ja hab ich hier ah ok mhm 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 alle verschimmelt geb ich mich jetzt nicht zufrieden damit krass du rumpelst hier schon ne ja ja macht das Sinn dass ich zum brunnen sprinten äh die Flasche auffülle und zurückkomme ja würde Sinn machen weiss nur gerade nicht ähm also eigentlich du müsstest nur straight Richtung Dorf laufen und da ist dann so ein größeres gelbes haus und eigentlich direkt in der ortsmitte bei diesem Zwischen dem gelben und dem blauen da ist so ein blaues krankenhaus Und so ein gelbes klavierhaus sagt man da piano ja das kann ich Genau und da dazwischen da ist so mitten im dorf so ein brunnen da wird man auch gerne mal angeschossen von leuten die da warten Ich bin auf der hauptstraße geradezu das pianohaus da stehen gerade zombies Also du musst eigentlich nur die straße entlang laufen und rechtsspieler spieler spieler achte scheiße voll Aber es heißt voll kript aber haben schon waffen an zwei stück Zwei spieler ja zwei spieler ja ich habe rotes leben ich kann nichts machen gegen die Ich würde sagen Ich weiß nicht jetzt hat man kommt noch ein zombie der agro auf mich den muss ich jetzt erst mal ich würde sagen wir ziehen uns zurück Mit mehr muni und vollem leben gerne aber Da suchen wir uns lieber eine wasserstelle irgendwo in der natur die Oh ja ja er läuft bewaffnet auf dich zu Ah scheiße Ah verdammt Ich habe ich habe ich habe ich habe hand hoch genommen Mh Woher visiert die ganze zeit mich an Sind zwei spieler meintest du gell Ja aber er kommt gerade er kommt gerade auf mich zu ich kann nichts machen tut mir leid Hallo I want to go to the foundation Hey Sorry what Wir haben mich gekillt ja ich habe es gesehen Ach verdammt und ich kann nichts machen Naja Aber auch miese situation alter quatsch mit mir der eine hand hoch quatsch noch jahre bandage ließ das Ja das ist der klassiker die reden mit dir damit du in dein inventar reingehst und dann geben sie dir ein headshot Weil sie sonst nichts treffen die Äh shitty wizard Dankeschön für den 10er Junge mit 7 plus wide hast du den Vogel echt abgeschossen dick Respekt dafür Dankeschön Vielen vielen Dank So warte jetzt gehe ich mal hier kurz Respawn wieder in die andere Kamera Und bap Naja aber so ist es halt ne Ich bin zumindest schon mal ein bisschen happy dass ich sie eher gesehen habe als sie mich aber es hat mir was Aber es ist genau das eingetroffen was ich gesagt habe ne Die hier bei Star Royale die die suchen einfach nur Leute zum Zum töten einfach nur Ich habe auch gerade reingelaufen genau nur rechts von mir aber es wirkt es so als wenn die auch gerade frische So ich bin Ah lol Bin ich jetzt wieder hier? Ne warte mal scheiße Oh was ist denn hier hinten? Ich bin dann frisch gespawnt Hinter mir ist ne Insel Aber warte ich sehe doch oben hier diese Blöcke Ah wie wie Ja da müsste ich bei Ciano sein glaube ich oder? Ciano ja Wenn ich oben diese Blöcke sehe Ah verdammt ich blinke schon Ne das schaffe ich nicht mehr Der Brunnen wäre jetzt die Rettung gewesen aber das schaffe ich nicht mehr Keine Chance Ist gut Ich werde jetzt mein Zeug hier hinterm Baum schmeißen Vielleicht kriege ich es ja nochmal wenn ich dann Elektrospawn bekomme Oh man Auch so unnötig ne dass sie dich direkt killen Ja Ja Eigentlich was heißt nochmal Brunnen Ich habe anders mit Foundation gesagt aber Uh Brunnen well Well? Der well Ne F-Faun-Faun-Faun-Faun-Faun-Faun-Faun-Faun-Faunnen Im östlichen Ciano Ja das war so klar ne Star Royale Das ist so der Klassiker Das ist das Schlachthaus von Cernarus Oh shit chat Oh man Ja das ist halt Daisy ne So kurz vorm Ziel Aber wie mies weil der Plan war eigentlich so geil weißt du so Okay pass auf ich fütter dich weil so und so dafür nimmst du aus Ja Und äh ich renne schnell hin füll die Flasche auf aber ne So ich bin zufälligerweise auch in Cerno gespawnt am Leuchtturm Also östlich oder? Hier war ich doch grad schon drin wäre ich denn dämlich? Äh sorry was war die Frage? Äh östlich oder? Westlich Ja okay So Das Gute ist aber da haben wir jetzt den dicken Hafen Okay also ich sehe schon das Riesenrad da ist ja auf jeden Fall auch ein Brunnen Mh Das sind auch diese kleinen Shops beim Riesenrad da hast du ja genau Stimmt Gute Möglichkeit so Messer und so finden Ja Freaky Mind Foundation ist sowas wie Fundament Boden Ah genau Ja Erstmal Milchpulver hier Oh perfekt Na bitte ne Brechstange das kann ich doch ja optimal schon mal Nachkampf davon nutzen Hast du gewusst mit der Brechstange kannst du auch einen Huhn ausnehmen Ach krass Ich hab neulich durch Zufall gesehen dass ich das mit dem Schraubenzieher aufmachen konnte Ja Da hat man mehr Möglichkeiten als man zuerst denkt So ich geh jetzt mal in die Shops hier beim Riesenrad Aber ne Sache die ich tatsächlich am Anfang nie gemacht hab die wir jetzt hier ein paar mal gemacht haben ist dieses Aufwärmen am Feuer Mh Jackpot ich hab Zucchinis gefunden Hier angebaut Ja Mh Da hat irgendjemand Zucchinis angebaut Und Ja Nie abgeholt Mh Oh Full Loot Ha nice Macht es Sinn ein Fernglas mitzunehmen Also ich hab da neulich mal durchgeguckt aber Mh Mach ich meistens nicht Ja das war wie ganz witzig so aber Also die ganz vorsichtigen Spieler die mega umsichtig sind Die nehmen es mit Ich hab da bei mir auch Also einer von meinen Mods der spielt so ganz gerne auf Namask Der beobachtet alles erstmal vom Berg aus ein paar Minuten Ja wir haben übrigens den ersten Streams Sniper Wenn wir so einen möchten Hat dich jemand schon angesprochen? Ja gerade Wenn sie wenigstens so tun würden als Als wäre es ein zufälliger Begegnung ne Er wollte mir grad sein komplettes Loot droppen Aber ich denk mir so das ist doch Also das Spiel macht doch keinen Sinn wenn jetzt irgendwelche Zuschauer zu mir kommen Und ähm Mir ihr Loot droppen also hä? Ich finds ja cool dass er zumindest redet ne Ja Immerhin etwas Ja aber das ist so Du kannst ihn ja freundlich sagen So du bitte nicht ich will hier struggle So mach ich halt immer Anzexhose Anzexhose Was haben wir hier? Jeans Hot Pen Uh Oh Oh Neue Wittchen So ich bin auf jeden Fall grad beim Brunnen Und äh ich trink erstmal Ja Gut dann bring ich dir mal ne Ladung Zucchinis vorbei Ja nicht wundern der Der Spieler steht neben mir und hat sich grad nackig gemacht und mir alles hingelegt Ah super Aber ich nehm das nicht Boah da wird irgendein Freshspawn vorbeikommen und sich freuen Ja Oder er nimmt einfach seine Sachen und spielt einfach Das Spiel so wie es halt Ja Also ich hab mir schon die letzten Monate Öfter schon so mehrmals gedacht Ob ich nicht einfach so öfter so Survival spiele wie jetzt ne Aktuell mach ich ja so Ikarus oder The Long Dark und so Geschichten Da hast du halt nur PvE Ich hab mir echt schon erst auf überlegt so ob ich nur noch mit meinen Mods oder mit Freunden so Äh Daisy Offstream zocke und aufnehme Und im Stream wirklich bloß noch so PvE Spiele zeige Also langfristig wird das wahrscheinlich eher bei mir der Fall sein Äh Weil ab nem gewissen Bekanntheitsgrad kannst du das Spiel nicht mehr normal zocken und das geht nicht Das heißt ähh Mh Also klar du könntest natürlich die Sachen irgendwie mit äh Delay äh Spiel streamen oder sowas ne Mh Macht aber auch keinen Sinn Aber dann ja dann kann es doch sein lassen irgendwie Ja So So Äh Wie liegt ein Spieler auf dem Boden? Hm? Hm? Lol Das ist aber das aber ein anderer Ok Na das sieht doch schon mal ganz gut aus hier ein Neeset, Magazin Mhm Rucksack, Platte Lol Ich hab hier schon wieder ein Feld mit Essen gefunden Und ein Messer, wir sind safe Juhu Perfekt Dk18 Weißt du was besser ist? Ob ne Axt besser ist oder ne ähm Ne Brechstange? Äh Axt Definitiv Axt Also ich habe jetzt auf jeden Fall genug Essensvorrat hier zufällig gefunden Ähm Von den ganzen Feldern hier Wir könnten dann easy Richtung in Landesinnere gehen, dann wären wir schon mal weg von dieser ganzen Freshspawn Geschichte hier unten Ja Guck hier grad nochmal Hier war nämlich grad eigentlich so ein Feuerwehrzombie Mhm Hier ist doch, war hier nicht immer auch die Feuerwehr? Der anderen Straßenseite oder so? Jaaaa Es gibt auch ne Feuerwehr Ah, hier ist zumindest der Feuerwehrzombie, mal gucken Bist du da noch bei den Brunnen dort hinten? Äh, ich bin grad bei der Kirche Mhm Weil, wir hätten quasi jetzt genug Zeug hier im Inventar bei mir Um easy jetzt Richtung Landesinnere zu sprinten, das wäre deutlich sinnvoller, behaupte ich Jaa Mal kurz hier Weil jetzt, jetzt haben wir schon dieses riesenglück, dass wir aufeinander gespawnt sind fast Jaa Das würde ich jetzt nicht riskieren hier, dass wir Da gleich wieder sterben, weil hier unten Ständig gemetzelt ist Ähm Ah, ich sehe hier jemanden stehen beim Feuerwehrzombie Äh, warte, ich bin hier Jo Ähm Oh, guck dir, ey du blutest übrigens Das bin ich, ich bin hier hinter dir Ach, das bist du, oh Äh Okay, wer ist der andere hier? Das ist, na das ist der Streamsniper, der die ganze Zeit hier Ah, okay Mir seine Sachen droppen will, aber er macht Selbstmord jetzt Hm Ich habe aber schon ein Messer dabei, also Ja gut, ich würde sagen, wir ziehen mal weiter, oder? Ja Also, jetzt chat nochmal kleine Ansage hier auch an den Stream Ist lieb und nett gemeint, wenn ihr mich irgendwie sucht und mit einem Loot droppen wollt und so weiter, aber das ist halt Das macht halt das Spiel kaputt So Keine Ahnung Wir wollen ja den Struggle Ja, ja klar, das ist ja das Spiel, also Mhm Also im Endeffekt, das ist ja genauso, als würde ich mir jetzt irgendwie ein Warhack machen oder irgendwelche Cheats eingeben, um Ja Um irgendwas zu haben, so das In der Zeit ja auch nichts Ich habe auf jeden Fall hier ein bisschen Mangel, ähm, Munition verschiedenste Ja Jetzt schau mal her, hier hinterm Haus ist gerade gute Gelegenheit Ja Bei den ent$%-geä Ja Ja Ja, ich habe alle perfekt den rucksack von diesem hier vergammelt das habe ich schon gepflückt genau also jetzt hätten wir eine richtig geile möglichkeit bk 18 aber null schuss was habe ich denn hier ich habe 380 acp 22 lr wir könnten jetzt eine richtig geile survival loot route laufen die hier normalerweise beginnt für mich glaube ich öfter ganz gerne wenn wir die lange laufen das wäre jetzt absolut grandios naja dann let's go der hasse ja oder die kann fresh spawn gas koffer ja da hat noch was zu verbinden und ein apfel hat er noch gehabt ja woops so gut sorry Leute dass ich auf den Chatblatt nicht so aktiv eingehe ich bin selber bisschen nervös bin ich ehrlich gesagt so hat man ja nicht jeden Tag so eine Situation wie jetzt gerade eben ich denke ihr versteht das auch oh da vorne ist ganz gut da haben wir einen Haufen Autos und da ist ein Police Car auch da finden wir vielleicht eine Waffe gleich okay hier war ich gestern auch und dann bin ich hier hoch zu den Blocks jetzt erinnere ich mich daran da in der Nähe ja hier war doch auch schon jemand ach so da hier ist immer ein Polizeiauto okay also das die Polizeiautos die spawnen so dynamisch ne die sind hier nicht gezwungenermaßen hier wäre noch eine kleine ah du hast schon eine Weste okay hier wäre noch eine komplette Weste für dich eine gute praktisch ja perfekt was war das hier ne das war nur Dreck Dreck im Waschbecken so also ich würde jetzt hier bei den Blocks oben noch gucken da ist glaube ich so ein Supermarkt noch gewesen ja genau Supermarkt eine Schule aber eine Schule habe ich nicht gefunden aber im Supermarkt war ein bisschen was letztes Mal weiter hinten hätten wir noch bei Lothar Airfield ähm bin ich aber jetzt nicht so scharf drauf ehrlich gesagt da ist auch immer Gemetzel ja ja das weiß ich da habe ich schon öfter oft die Fresse bekommen also ich scheue mich nicht vor Spielerbegegnungen aber aber oh hier sind aber ordentlich Zombies links eieieiei mhm uh oh oh der Erste hat mich schon hier oben ist der Supermarkt hier oben ist der Supermarkt in Richtung Supermarkt so mhm Supermarkt Supermarkt Ushaltestelle Ah da Anzugsjacke für Frauen nö will ich mich nicht was hier Flagge immer diese scheiß Flaggen 380 ACP mhm 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 nix ja dann gehe ich noch die Autos abchecken solange du da im Supermarkt noch bist ja ich bin grad durch ah du bist da vorne ich sehe dich ja Supermarkt war nur einmal 380 ACP ah ok alles klar ein bisschen klamotten ah das ist noch ein zweiter Supermarkt ist das auch einer mhm mhm das ok das muss ich mir merken nicht durch ne ich warte hier mal am Haupteingang ah da bist du ok ja ich glaube auch ein Nähzelt wenn du irgendwas reparieren willst oder so aber passt ja grad nix durch nö sieht ja alles fresh aus schöner Golf hier ja findest du geil ja hat er was so ein VW Fan ach boh jetzt nicht unbedingt aber ist halt ganz witzig die Autos halt wieder zu erkennen hier ja ja die haben das hier im Spiel alles so ein bisschen umbenannt also der Golf 2 heißt hier halt Gunther 2 ja haben das alles so ein bisschen abgewandelt bei den Waffen haben sie es auch so gemacht oh die Jeans die ist gut ja ich hab schon eine an perfekt Jeans, Jeans, Jeans oh ist da vorne ah ein gekillter Zombie ja der Rucksack ist ganz gut ich nehm den mal mit der sieht aus wie so ein Osprey Rucksack oh hier ist ne Mütze die könnte ich achso mhm noch keine hier ach dann nehm ich deine diese auch ne ich hatte gar keine ach so du hattest noch keine ok ne ich dachte du hast schon getauscht ne ne ich hab gar keine ja da hat sich jemand offensichtlich doof geschlagen hier die ganzen Zombies vor uns alle schon gekillt der wollte wahrscheinlich dann auch Richtung Balota erfült gehe ich mal stark von aus ne oh du hast ein Zombie Problem oder ne ja ein selbstgemachtes ne ja ein selbstgemachtes ne ja ja ein Magazin nochmal oh ohi kommt hier nochmal was ja ja gaskartusche ne gaskartusche naja ne macht ja keinen Sinn ich hab letzte mal gaskartusche gefunden mit kocher hab mich übelst gefreut bis ich gerafft hatte ich ja auch noch einen Topf brauche oder Pfanne ja das stimmt ja da hat ihr immer nochmal nen Rucksack liegen lassen ja ja da ist ganz offensichtlich schon jemand durchgekommen hier von uns wird hier Ewigkeit wenn wir umsortieren genau Carry fehlt nur noch Bandana fehlt nur noch Bandana ich muss ja auchs essen hier auch noch einer oh Gott oh nice du hast ja schon ne Axt gefunden mhm fällt mir jetzt erst auf da hätt ich ja glaub ich gefragt ob es Brecheisen oder ah stimmt genau 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 das ist schon mal gar nicht so schlecht wie wollen wir zählen ey genau ich würd jetzt nur so ein bisschen die sichereren Routen laufen heute ähm ich sag mal wenn ich jetzt mit jemandem zusammenspiel der die Map schon gut auswendig kennt dann 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 machen wir meistens direkt voll in die Action rein ne wenn einer stirbt der weiß er gleich wo er hinlaufen muss ja ja klar genau nur mit dir würde ich dann heute du hast gemeint 50 Stunden hast du bis jetzt oder ja könnten jetzt 55 sowas sein gleich 60 naja noch nicht ganz ja also 55 ja da würde ich dann doch eher so ein bisschen eine sicherere Route laufen gerade weil der Server auch voll ist genau also die Route hier die lauf ich halt öfter ähm die geht jetzt da vorne an dem Militärflugfeld vorbei und dann geht's halt in so ein ganz langes langgezogenes Waldgebiet wo du immer wieder mal Möglichkeiten hast zu Gewehre, Munitionen, Visiere so Campingausstattung generell zu finden und geht auch in richtig geilen Orten vorbei ich würde es nur nicht sagen welche Orte sonst wartet da wieder unser Freund der Streamsniper auf uns und um uns Sachen zu schenken man weiß ja nie wie viele Stunden ich schon hab Carrie äh ich hab puh mittlerweile ich geh langsam auf die äh Spieler 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 siehst du? der zieht ja der zieht schon auf uns der zieht hau ab hau ab renn 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 schwer equipped äh plattenweste ja wir gehen einfach hier hoch ja er zieht natürlich direkt ne ist ja auch so ein Witz hast du da Munition in der Schuhe ne 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 ich weiß nicht ich werd grad mal gucken einfach weg einfach weg wir sprinten voll durch wir halten nicht an der wird genau gesehen haben wo wir lang sind also ähm ich würde jetzt noch ein bisschen im Zickzack laufen bleibst du einfach hinter mir mhm dass wir uns nicht verlieren weil wenn ja ich denke mal wenn wir hier links runterlaufen verwirren wir ihn ein bisschen oh shit ah ah wird sein nicht schon mal lord putzi Dankeschön für deine 2€ schöne Grüße aus der Hermann aus dem Markt überwünsche einen tollen Stream und noch viel viel Spaß bei dir sie bleibt wie du bist Dankeschön thank you so genau sprinten 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 ja ja mein Stamina ist vollgas also ich hoffe wir haben ihn abgehangen ich bin zu fett ich hab zu fett zu wenig gefressen die Schweden Diät ist vorbei ne hehehe ja gehen wir mal hier den Weg einfach ein Stück weiter entlang ich denke mal wir werden ihn abgehangen haben ja falls er überhaupt nicht gerannt ist ich hab's nicht gecheckt mhm ich hab nicht geguckt er ist schon ein Stück weit hinterher gerannt aber dadurch dass wir jetzt so ein Bogen gelaufen sind im Wald gehe ich stark davon aus der hat kein Peil äh kein Peil wo wir jetzt gerade sind äh sollten wir safe sein genau wie viel Spielstunden habe ich puh ich geh langsam auf die 3500 zu glaube ich also zu viel haha also wo wir den Typen gerade gesehen haben das Dorf nehme ich oft noch mit bei der Lootroute äh und dann würde es hier weiter gehen praktisch hier links ist der Feldweg werden wir dann weiter entlang gelaufen ja schweden Diät ich denke mal du wirst da auch dann viel Fisch Pilze äh und so Dinger gegessen haben oder ja da kann ich ja leider noch nicht überspringen äh das ist wie der Spoiler ne haha was für ein Zufall da hat jemand schon ein Feuer für uns vorbereitet die getrocknete Tomate ne die esse ich doch hier direkt hast du gesehen da war ein fertiges Feuer drin äh aber aber wer macht da so ein Feuer rein und lässt das dann so stehen ja vielleicht wird es Telefone kriegen und dann musst du zurück in die reale Welt oh ekelhaft äh so genau und dann hätten wir da vorne nochmal so ein Häuschen ah ok also die Ecke hier sagt mir gar nichts so ich glaube hier war ich noch nicht hm ja das ist ein bisschen abgelegen ne ja also das ist so eine Lootroute die laufe ich ganz bewusst wenn ich einfach nur mal in Ruhe so mich hochlooten will und zocken äh ne Hunter Pants die ist zwar nicht getarnt aber ja doch liegt nur kein Schnee he 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 haben wir eigentlich schon ein Seil ja ne äh ich könnte äh ich könnte hier den hast du ein Seil? hm hast du ein Seil? äh ich zerleg mal den Rucksack hier dann müssten wir vielleicht eins kriegen hm ich hoffe jetzt zumindest ja wir haben wir jetzt perfekt perfekt dummissimo ganz gut ok gute Beutel kann man natürlich Streifen ausmachen für den Ghillie aber das dauert gefühlt ewig ne mhm also ich baue den Ghillie nie ich wollte es mal probieren aber ich war mit Stunden unterwegs und hab einfach nichts gefunden der Ghillie lohnt sich mit meinen Augen nicht also es gibt welche die schwören drauf ich sag es rentiert sich nicht so was ich jetzt oft mache ist ich gehe hier querfeldeinschräg hoch da kommt dann so ein Dorf das ist ein Dorf da kommt man normalerweise eigentlich nie hin so weil es halt recht unauffällig in so einem Tal liegt ah hier ist nochmal ein Steinpilz hm 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 ja wo das tatsache dass ein klo häuschen und schon mal messer gefunden tatsächlich da gibt es auch schleifsteine ab und zu schleifstein ich habe das spiel zu viel gezockt jute beutel der zweite jute beutel hätte ich schon fast mein killi fertig so genau und dann geht man hier einfach den feldweg entlang und dann kommt da hinten so ein abgelegenes dorf ich glaube da oben da war noch irgendwo so ein futter stand da könnte ein gewehr drin liegen ok dann gehe ich schon mal hier runter zu dieser genau richtig macht das mal weil die straße weiter kommt er dann eh das dorf da treffen wir uns dann wieder ich glaube ich habe mich getäuscht da war jetzt doch kein futter stand ich hab da schon einen schuss gehört aber übelst weit weg und da ist noch zelino rosk dahinten die stadt den livonia dlc den hast du nicht zufällig das links noch mal so ein kleiner abzweig zu diesem bauwagen hat sich doch gelohnt reifen reparatur set wow jetzt mal so eine frage so an den survival pro hier fritz so die flüssigkeit von dem knick könnte man das jetzt theoretisch als so ist das brennbar kann man damit irgendwie feuer machen beim feuer ist ja immer der den punkt dass du erstmal eine art funken oder so erzeugen musst du brauchst ja erstmal eine quelle die irgendwie eine mini flamme funken aber erzeugt und dann hast du ja ein zunder der das quasi aufnimmt und dann zu einer längeren flamme verbindet habe ich noch nie was für mir dass das irgendwie brennbar wäre und selbst wenn dann brauchst halt immer noch irgendwas um es zum brennen zu bringen erst mal ich habe übrigens vier schafe gefunden die laufen gerade zu dir runter die schafe die verkloppen wir jetzt dann haben wir hier schön futter dann habe ich schon angehittet am besten ducken und warten bis sie sich beruhigen also eins schon mal dauern hier auf dem weg perfekt heute ich das schon mal direkt ja klar ich habe keine handschuhe ich bin mir ziemlich sicher das dorf hier hat in einem brunnen oder irgendeine ich nehme nur fett und steaks mit eine knochen auch ja das sollte reichen also bei vier schafen ich denke mal da sollten wir kein trouble mehr haben was ist mit schafspelz und innereien also die innereien die kann man auch ich glaube mit der brechstange auch oder mit der axt oder messer kann man die zu einem seil verarbeiten ja ja sehe ich gerade aber ich würde sagen also so viel fett und fleisch ich würde sagen hau die knochen weg die brauchen wir gar nicht mehr ja also sagen es ist wir haben solche vorräte durch die ganze direkt auf dich zu hinter dir hinter dir hinter dir direkt auf dich zu kommen die zeit kriegen wir auch noch anschleichen anschleichen fritz drucken genau am besten nicht sprinten ab und zu hauen die dann auch ab auch wenn du geduckt sprint ist genau ja ich habe ihn okay eins noch was nach zwei achsschlägen der lebt immer noch ich glaube so viel können wir gar nicht mehr tragen oder das dritte reicht glaube ich jetzt habe ich es angehittet ich könnte jetzt aber auch kein fleisch mehr tragen eigentlich außer ich werfe das holz noch schnell weg ja komm holen wir schnell ja 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 vier schafe also vom essen her brauchen wir uns erstmal keine gedanken mehr machen ja das wird jetzt hier nochmal ich glaube ich habe die brechstange weg und packt die achse auf die 1 hier deine frage war ja noch wegen dem fell richtig ja ja genau also momentan kann man sich daraus nur einen rucksack noch bauen aber halten noch in der tat platz für zwei warte ich habe hier ich könnte auch nicht aus wie beim metzger perfekt ja und jetzt kann man da unten noch ihren brunnen dass man es mal die hände waschen können genau wollte ich gerade sagen unten das dorf da können wir jetzt gemütlich looten und hände waschen grillen et cetera da kann man sich die hände auch irgendwo im plus waschen ist die frage wollen wir uns aufteilen soll einer looten der andere grillen ist die frage wollen wir uns aufteilen einer grillt der andere looted können wir machen die frage ist ob erst mal oben bundes und die hände zu waschen ja das machen wir als erstes noch ja wollte er auch noch mal eine dose dabei hier ist ja hier ist der brunnen genau so hände waschen wir wollen das machen wer soll looten wer soll grillen ja ich kann ruhig ich kann ruhig grillen alles klar ist ein haus wo ein großer ofen drin ist ja wird hier die schwarzen länglichen häuser ah nee das ist falsch im moment da gibt es noch bessere ich trinke immer noch zwei drei schluck wenn ich eh schon mal am boden bin ich glaube hier oben die häuser die haben größeren ofen ja genau hier hätten wir zum beispiel jetzt ja ich habe sogar schon papier am start wo bist du gegenüber hier moment hol dich sofort sekunde ich packe hier bloß noch das holz rein so genau und also praktisch den berg hinter dir genau so einwandfrei ja dann mache ich mal ein grillmeister war ja cool dann check ich hier noch schnell das dorf ab genau hier wieder ein paar stöcke ich lege dir mal alles rein was ich so ein brennbarem material habe genau ich mache die tür mal hinter dir zu ne so ansonsten schusswaffentechnisch du hattest ne bk 18 glaube ich oder genau bk 18 aber kein schuss dann habe ich 380 acp munition und 22 lr ich habe ein cr 75 magazin mit 13 schuss die gelmagazin mit sieben schuss 9 x 19 munition gut können wir mit arbeiten gucke ich mal ob ich da waffen finde die dann auch zu der muni passen da haben ja schon mega viele gefragt ob ich da mal ein tutorial machen kann zu dem ganzen thema welche muni nimmt man mit welche lässt man liegen das glaube ich krass komplex halt kommt auch mal so ein bisschen darauf an was man ist ja auch vorhin schon du wüsstest jetzt auch nicht welche muni zu was passt naja das kann man ja durchs rüberhabern und wenn du es halt viel machst dann merkst du dir auch sagen genau so ist es außerdem tipp den ich immer weiter gebe einfach so zieht einfach die die sachen übereinander und das müsst ihr euch hat merken dann oh nice ich habe sogar mein rotes kopftuch hier gefunden machte sie die zucchini auch zu grillen kannst du machen wenn du willst ja die waren weiter weg also nicht auf uns also die müssten ein bisschen mehr energie geben wenn die gebacken sind auf dem ofen ja aber die zucchinis die würde ich eher so als als flüssigkeits vorrat jetzt ansehen die würde ich jetzt auf den ofen schmeißen so stimmt ein bisschen heiß hier ich habe schon eine waffe gefunden hast du die gegrillten sachen praktisch in dein inventar gleich gesteckt oder ja genau also ich tue die sachen immer nur auf den boden ziehen oder ist es rucksack ist ja nicht das problem oder ein bisschen ok dann packe ich die jetzt alle auf den boden also wenn ich mich noch richtig erinnere haben die das mal in irgendeinem patch erwähnt dass wenn ich habe kein zombie stress das hatten die mal glaube ich irgendwo erwähnt in irgendeinem update dass im rucksack die hitze nicht so viel ausmacht ja genau ich bin der mann gleich in einem video von dir gesehen habe es ist schon viel zu heiß hier alles bei mir brenn mich ja das ist knapp der ist schon am schwitzen der kollege hier ach komm ich pack das hier alles auf den boden so eine mosin habe ich auch schon ein gewehr habe ich schon gutes gefunden zwei stück jetzt brauchen wir bloß noch money dafür dann kann man loslegen oh mein Gott aber ja ja Ja, 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 ja. Alles ins Inventar tun, der Server restartet gleich. Bleibt irgendwie an dem Chat. Das bleibt auch so am Boden liegen. Brauchst du dir keinen Kopf machen eigentlich. Also, klar, man kann auf Nummer sicher gehen, aber normalerweise bleibt das so liegen. Wenn es nicht ruiniert ist, dann verschwindet es auch nicht. Das ist noch so ein Mythos, der sich auch so vor vielen Jahren schon in dieser ganz frühen Alpha-Zeit, wo das Spiel noch im Early Access praktisch war, so in den Köpfen manifestiert hat bei den Leuten. So, wenn der Server neu startet, dann ist alles weg und das Loot wieder frisch. Aber das ist schon seit Jahren nicht mehr so. Da braucht man sich mittlerweile gar keinen Kopf mehr machen. Ja, Gulli, das stimmt schon mit der Mosin-Muni, aber das ist... Da müssten wir bis nach Elektro da die Ecke hochlaufen. Das wäre so weit weg. Bis dahin finden wir besseres Zeug neu auf der Loot-Route, die wir jetzt laufen. Und ich laufe ja auch extra eine Route, wo jetzt nicht so krass Spieler-Kontakten normalerweise ist. Weil, klar würde ich jetzt hier mit erfahrenen Leuten spielen, die wüssten sofort, wo sie hinlaufen müssten. Aber ich will jetzt hier ganz bewusst eine chilligere Loot-Route laufen. Weil das wird sonst der übelste Krampf der Stream. Also, ich weiß nicht, wie lange wir mit dem ganzen Fleisch klarkommen wollen, aber... Das ist der Wahnsinn. Das ist doch hier schon kalt. So, jetzt sehe ich gerade, manche sind rot hinterlegt. Manche sind so lila hinterlegt. Und dann... Du hast ja, glaube ich, die Namalsk-Mod noch gar nicht gespielt, ne? Äh, nö. Nö, nö. Wenn du mal Daisy so ein bisschen drauf hast, so ein paar Stunden mehr noch drin... ...und gut klarkommst, dann wäre so Namalsk die nächste Stufe praktisch. War das diese Schnee-Geschichte da? Eher auch, ja. Auch Schnee-Geschichte. Ähm, da musst du auch... Also, das ist eine Modifikation wohlgemerkt. Das haben praktisch... Das ist so ein Fan-Projekt vom Chef-Entwickler praktisch von dem Spiel. Und... Ähm... Der hat da was eingefügt. Das will er auch irgendwann ins Hauptspiel so reinbringen, dass du praktisch... ...erst ab, ich glaube, 60 Grad warst. Erst dann kannst du das Essen essen, sonst verlierst du Lebensenergie, wenn du das futterst. Ja, auch geil. Also, du verbrennst praktisch so deine Zunge und so und verlierst da noch Lebensenergie, so. Ich habe sogar schon einen Teammate dabei gehabt, der ist mal dran gestorben am Feuer. Ja, verhungert und dann last minute, ne, heißes Essen rein und... War das nicht so in einem Video? Ja, das war in einem Video. War das nicht so ein Mädel? Ja. Ja, habe ich gesehen. Okay, Pistolen-Mac. Hier war noch keiner vor uns. Oh, ist aber Neustadt. So, ich gehe mal kurz auf... Ja, auf Klo, ne? Jep. Bis gleich. Bis gleich. So, Chat. Sorry, dass es hier natürlich heute ein bisschen anders ist, der Stream, ich nicht ganz so krass auf den Chat eingehe und so weiter. Okay, let's go. Aber ich gucke nicht immer mal heiß. Ja, ich weiß, ich habe zwei Stücken Fleisch verbrennen lassen. Das passiert auch mal beim besten Metzgermeister. Das ist einfach ein Fan. Was meinst du? Ne, wir haben keinen Platz mehr. Wir machen einen Rucksack nur voll mit Fleisch. Ja, ich weiß, dass wenn das heiße Fleisch quasi in den Taschen ist, dass es einem zu warm wird. Habe ich ja gerade schon da mitbekommen. War ja auch schon wieder dumm. Ich glaube, ab dem Null hat schon mal ein Auto gebaut. Gibt es sogar ein Video drüber. Ist aber irgendwie katastrophal gelaufen oder völlig verbuggt. Wie lange muss man jetzt eigentlich warten, bis man wieder auf den Server kann? Trotzdem geil zu gucken. Ja, freut mich natürlich, wenn ihr trotzdem ein bisschen Spaß habt. Wie gesagt, das ist ja mehr jetzt so ein Zugucken und ein bisschen unterhalten lassen und vielleicht die ein oder andere Sache lernen. Und dann Fleisch verkaufen. Ja, Fleisch verkaufe ich und dann kriege ich wieder einen Schuss in den Kopf halt. Das erste Mal, dass ich der See sehe, wenn ich ehrlich bin. Ach, krass. Ich küsse deinen Nacken, bist der geilste. Immer dies, ich küsse dein Auge. Ich küsse dein Herz. Ich küsse deinen Nacken. Ich küsse deinen kleinen Fingernagel. Ah ja. Na, dann küsse mal. Bin zum ersten Mal dabei für ein Skull. Ja, krass. Einige Leute, die zum ersten Mal hier im DayZ-Stream mit dabei sind, spielen wir jetzt schon ein paar Wochen. Seven vs. Wall, das ist geilste. Danke dir. Kriegen wir Niklas mal zu DayZ überredet? Ich habe mit Niklas schon DayZ kurz gespielt, aber Niklas ist nicht so der DayZ-Typ, würde ich sagen. Niklas ist eher so Call of Duty oder sowas. Kuss auf Sparta. Oh, so sieht's aus. Digges Lob für Seven vs. White, wie geil ist das denn bitte? Mega Hype. Danke, danke, danke. Hat eine echt nice Atmosphäre, das Game. Absolut. Und bisher ist tatsächlich noch nicht so krass viel passiert. Also wir hatten ja jetzt nicht einen, es gab ja noch nicht einen Fight. Niklas ist eher der Baumschubser. Niklas rüttelt gar mal am Ohrfeigenbaum. So, selber zurück. Mhm. Wenn du da warst, Flange. Jetzt hattest du gerade die alten Folgen erwähnt mit Namalsk auf dem Kanal. Hattest du die jetzt gesehen, bevor dieses YouTube-Copyright-System die ganzen Episoden so ruiniert hat oder danach oder davor? Ja, ich hatte bei den Folgen gesehen, dass irgendwie am Anfang immer so ein, quasi ist stumm war. Mhm. Ja, so im Intro quasi. Das war so richtig komisch. Vielleicht verstehst du da ein bisschen mehr davon. Ähm, du hast ja ein paar mehr Abos wie ich auf YouTube. Ähm, das war so, ich hatte da ein paar so, so Claims drauf. Mhm. Wegen der Musik, was auch völlig in Ordnung ist, weil ich muss da ja nicht unbedingt jetzt auf Krampf Geld damit verdienen. Äh, aber die Copyright-Claims, die waren ja drauf. Und das hat dann verhindert, dass ich diesen, äh, Member-Button aktivieren konnte auf dem Kanal. Ja, also die Mitglieder-Funktion. Ja, genau. Ja. Das ganze Monetarisieren hat funktioniert, aber die Mitglieder-Funktion nicht. Habe ich einen Support halt auch angeschrieben, muss ich hier YouTube dafür loben, Google beziehungsweise. Die haben auch gleich geantwortet, haben mir das halt so erklärt, also. Man darf den Mitglieder-Button nur dann bekommen, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, dass die Musik komplett gestummt ist. Oder, doch so ein, da gibt's irgendwie so ein, so ein Prozess, dass man die Musik stummen kann, aber der Rest, ne, die Stimme und so, dass das noch erhalten bleibt. Ja, wenn du halt einen Claim hast, ne, also wenn du halt, ja. Genau, wenn ich den Claim da drauf hab. Und dann hat mir der Support erklärt, ich muss das alles stummen oder eben muten lassen, die Musik im Hintergrund. Mhm. Sonst darf ich diesen, äh, Mitglieder-Button nicht aktivieren. Und. Ja. Das war dann erstmal richtig ärgerlich, weil die ganzen alten Episoden, die hatten ja voll viel so, so Musik mit drin. Ja. Ähm. Jetzt wird's richtig absurd so. Dann hab ich die Hälfte der Videos bereits schon durch diesen Prozess durchgejagt gehabt. Und dann hab ich plötzlich den Member-Button bekommen von denen. Obwohl die, der Großteil noch gar nicht so komplett verarbeitet war. Okay, das ist strange. Und, und viele Videos noch gar nicht so, ähm, noch gar nicht der Prozess angefangen wurde, ich noch gar nicht eingeleitet habe, so. Dann hab ich den Member-Button wieder bekommen. Oder halt bekommen. Und. Hab dann den Rest gar nicht mehr so, so, äh, ja. Die Musik halt gemutet. Dann hab ich durch den, da gibt's so ein, so ein, da hab ich durch Zufall entdeckt so ein Wiederherstellungsprozess. Dass man praktisch das Original wiederherstellen kann. Und dann dachte ich mir so, okay, die meisten Videos haben ja den, 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 den Claim immer noch drauf. Also scheint das ja doch kein Problem zu sein. Ja, das ist strange jetzt. Und. Ja, komisch. Ja, genau. Und jetzt hab ich die ganzen alten Sachen alle wiederhergestellt. Die Videos sind sozusagen gerettet. Jetzt kann man sich alles im Original nochmal angucken. War ich mega erleichtert, weil das ist halt schon so ein Stück Kanalgeschichte für mich gewesen. Mhm. Und. Da steckt auch mega viel Liebe drin in der Bearbeitung und so. Naja, klar. Und der wäre für mich jetzt echt, da wäre ein Stück von meinem, von meinem Herz endgültig für immer gebrochen gewesen, wenn die halt so für immer ruiniert gewesen wären. Und. Ja, jetzt konnte ich alles wiederherstellen. Der Member Button gehört mir. Pff, keine Ahnung. Okay. Aber da, da verstehst du auch nicht, was da der Hintergrund ist, oder? Nee. Ah. Mhm. Aber, obi, erlebt man immer mal wieder so Sachen, die man einfach nicht versteht. Mhm. Ich kann's auch nicht empfehlen, dieses, diesen Prozess praktisch zu machen, dass man die Stimme im Hintergrund erhält und die Musik aber gestummt wird. Naja, das, ob das so funktioniert und geil klingt und das ist doch Müll, oder? Das ist, das klingt wie, ich weiß nicht, wie halbgekochte Milchreis essen, so. Also, mir fällt jetzt auch keine bessere Beschreibung ein. Keine Ahnung, es war, es war schrecklich, also, Gott sei Dank konnte man das wieder rückgängig machen. Ja. Ja, also, ich bin auch der Meinung, dass ich die letzten Folgen, die ich gesehen hatte, dass da wieder Musik war, halt, ne? Ja, jetzt mittlerweile benutze ich ja von einem anderen YouTuber die Musik, der hat's mir auch explizit erlaubt, dass ich seine benutzen darf. Ja. Von dem Avery Alexander, das ist ein richtig guter Creator. Der sagt auch so, pff, alles cool, kannst du benutzen. Der will auch nicht, dass ich seine Videos verlinke, mach ich natürlich aus Prinzip trotzdem. So, gehört halt dazu, zum Anstand. Aber schon so merkwürdig, ne? Dieses ganze YouTube... ...Copyright-System und so, macht irgendwie keinen Sinn. Wir hatten jetzt gemacht bei, bei Seven, äh, was ist, Wild, die Musik, habt ihr da Lizenz von Epidemic, oder wie habt ihr's gemacht? Nö, ich hab ja generell, ich hab, äh, Artlist und Epidemic Sound. Und dann haben wir für das Intro zum Beispiel, haben wir direkt, äh, das, die, die, ja, wie nennt man jetzt jetzt, Künstler, sag ich mal, oder die, die hinter dem Song stecken, halt angefragt und einen Lizenzvertrag mit dem gemacht für den Song. Hm. Ja, das, die Leute denken manchmal, die sowas noch nie gemacht haben, so, naja gut, da haben wir halt nen Song genommen, ne? Ich so, ja, nee, so einfach geht's nicht. Oh, mich hat's rausgehaut. Zu hoher Ping angeblich. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht zu lange in der Warteschlange bin. Ja, ich bin grad bei wenigen Sekunden rein, hab hier erstmal ein bisschen Fleisch, Fleisch, Fleisch. Aber liegt noch am Boden, ne? Äh, ja. Ist aber auch krass gemacht, so, Seven vs. Wild, so mit dem, mit dem Soundtrack auch vor allem. Ja, wir wollten halt mal, mal neuen Scheiß ausprobieren. Hm. Ja, es ist schon heftige Produktionsqualität. Ich hab ja bei dir mitbekommen, viele meinten ja sogar schon, äh, Netflix wäre sogar vorstellbar. Hab ich irgendwas mitbekommen? Ja, nee, da haben viele, also viele haben halt dann so nachgefragt oder meinten halt, naja, könnte man ja auch easy auf Netflix und dem magst du uns das spielen und bla, macht das nicht Sinn. Michi, servus. Danke. Ja, keine Ahnung. Ich hab immer gesagt, wenn die mit dem Koffer voller Geld kommen, können wir mal gucken. Aber unter 5 Millionen mach ich's nicht. Stimmt, das mit den Millionen hab ich noch gehört. Ja, das war, glaub ich, im Stream, weil mehr Spaß hat. Das hast du auf deinem Reaction, nee, Quatsch, auf deinem, äh, doch, Livestream-Highlights-Kanal, genau. Da hast du das gesagt, da müssen Millionen kommen. Ja, klar, ne? Das ist deine Marke, dein Baby. Ja, nee, ist halt so der Punkt, es ist, also ist halt, warum soll ich, warum soll ich das da machen? Ich kann's auch auf meinem YouTube-Kanal bringen, so, es ist halt, ähm, hab ich eigentlich ein Messer, sag mal? Nee. Scheiße. Ich müsste in meinem Inventar noch ein Steak-Messer haben. Ja, okay, ne Rinde ab hier. Kann ich noch als Zona nehmen? Man, eine Mullbinde ist halt irgendwie immer ein bisschen schade, ne? Ja, die sollte man auf keinen Fall, gerade jetzt, wir haben ja noch nicht so viele Mullbinden. Ja. Ich hätte aber Alkohol-Tinktour, fällt mir grad ein, das hab ich vorhin gefunden. Ich muss nur grad nochmal warten, ich bin Position 10 jetzt. Ja, nee, ich kann ja, ich kann ja theoretisch... Also, weil ich drinnen gebe dir Bescheid, dann schau ich nochmal ins Inventar rein. Ja, oder ich guck mal kurz nach. Klamotten irgendwo hier im Nachbarhaus. Also, Also, mit dem Alkohol, den ich dabei hab, könnten wir dann die Stofffetzen halt desinfizieren, das wäre halt auch gut, dann zum Verbinden. Dann könntest du die Mullbinde theoretisch verbrennen. Ein Armband, warte mal, kann ich ein Armband kombinieren? Stofffetzen herstellen, aus Armbändern, naja, guck doch mal. Hm. Papier von der Muni, ja, ja, aber das Papier von der Muni war irgendwie nicht mehr da. Das war ja grad das Komische, das hab ich ja gesucht. Ich hab ja die ganze Zeit das hier ausgepackt. Ah, das liegt doch hierbei rum. Oh ne, ich dulli. Das war's wirklich komplett. Das lag in der... Weil das hier weiter hinten lag, genau. Hm. Na ja. Holy Leute, da kamen richtig viele Follows heute rein. Das seh ich gerade eben. Vielen Dank an alle, die jetzt hier rein gefollowt haben. Vielen Dank an alle, die jetzt hier rein. Ah, Position 4, ja. Es geht voran. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. Ich hab jetzt fast alles durch. Hast du die ganzen Häuser grad noch mitgenommen? Nee, im Sinne von Fleisch ready machen. Ich hab grad mal das Feuer angemacht und nochmal Stöcker geholt und alles. Perfekt. So, ich bin jetzt im Ladescreen. Ich komm jetzt dann auch gleich wieder rein. Na, das passt. Weil ich hab grad in der Sekunde die letzten Sachen draufgelegt. Ich hab grad mal ein Hahn krähen. Ich hab grad ein Hahn krähen. So. So. Generell, das Hühnerfleisch in Daisy, das ist irgendwie auch nur noch so ein Tropfen auf den heißen Stein eigentlich. Ja, ja. Das war auch so, ich hatte mal eins, dann sind ja glaube ich nur zwei Steaks drin oder so und dann, ja, weiß ich nicht, hat irgendwie fünf Minuten gehalten, ich habe nichts mehr vorsehen. Am Anfang ist es ganz okay, aber dann. Trio, grüß dich. So, Dorf ist auch fast durch. So, also Fleisch ist hier auf jeden Fall en masse da. Oh, ich habe gerade irgendwie von weiter weg einen Schuss gehört. Mh, das war auch wieder bei der Stadt hinten. Bei Celino. Okay. Also wie gesagt, das Essen liegt hier alles vorm... Genau, ich komme da gleich rein. Ich nehme noch schnell die paar Häuser hier mit und dann, ja. Warst du schon den Hügel weiter oben in den Häusern? Äh, ja. Da war ich überall schon drin. Okay. Also lohnt es sich nicht jetzt hier irgendwie nochmal... Nee. Es sagen auch immer noch viele, ähm, dass man beim Server Neustadt überall neues Zeug findet, das stimmt aber auch nicht. Das sind auch so... Ah, hier liegt das Papier, was du gesucht hast. Ja, das liegt direkt vorm Feuer. Nee. Hä? Nee, das war ein anderes Haus hier. Da war noch Papier gelegen. Achso, ja. Ich habe hier die ganze Munition ausgepackt. Aha. Aber das war irgendwie zwei Meter hinterm Kamin und ich habe halt beim Entzünden vorm Kamin gehockt. Dann habe ich das Papier nicht gesehen. Ah, lol. Thurini-Samen-Päckchen. Na ja, klar. Aber so, die Sachen am Boden, die waren jetzt auch alle noch da, ne? Äh, ja, würde ich schon sagen. Mhm. Das ist halt auch so ein Mythos von früher noch. Dass das Zeug dann verschwindet beim Neustadt. Also stimmt schon, die ruinierten Sachen, die verschwinden, aber... die guten nicht. So, ich komme rein. Nee, Quatsch. Warte, nein. Ich bin bei einem anderen Haus. Ich muss den Hügel noch hoch. Ah, da schleicht gerade jemanden ums Haus rum, glaube ich. Sitzt du gerade im Busch? Ja. Ah! Ja, die geschulten Augen, hm? Die kannst du nicht austricksen. Haha. Ja, liegt alles vorm Feuer hier. Oh, Sauerei. Da hat jemand was anbrennen lassen. Ja, das ist vielleicht... Also einer ist beim Server-Neustadt irgendwie da angebrannt. Ah, okay. Aber zwei habe ich tatsächlich selbst versemmelt. Haha. Okay, gut. Ähm. Macht aber gar nichts. Ich habe soweit alles dabei. Ja, dann lass uns das noch weiter ziehen, oder? Ja. Guck. Flasche oder sowas haben wir nicht, ne? Mh, mh. Leider nicht. Wenn du willst, du kannst dich auch nochmal am Brunnen voll trinken. Ja, wollte ich gerade sagen, oder? Ja, komm. Ich weiß nicht, ob da demnächst einer kommt, aber... Ja, ja. Macht ja vielleicht schon Sinn. Aber es ist krass, wie... Was für einen Unterschied macht, wenn man quasi sich mit der Hand am Brunnen voll trinkt, oder mit einer Flasche. Ja. Ja, mit einer Flasche ist viel schneller. So viel schneller. So viel schneller. Ja, wo waren wir hier doch? Ah, ja. Gulli meint gerade, wir haben Fleisch liegen lassen. Hast du noch eins gesehen? Äh, ne. Also das Vergammelte halt. Äh, nicht Vergammelte. Verbrannte. Das lag da halt noch. Ja, meint ja, weiter hinten liegt noch. Was hast du weiter hinten? Da war was abgelegt irgendwo? Na, wir können ja auf dem Weg nochmal kurz reingucken. Ja, machen wir mal, genau. Ich hab da... Es war dann ein völlisches Ablegewirre-Chaos. Also... Es war alles voll mit Fleisch und Zeug und... Boah, das ist auch schon ein mieser Spot hier, ne? So ganz schön offen, wenn ihr da vom... vom Hügel hier... Ist aber ungewöhnlich hier Leute zu treffen. Das ist hier so ein abgelegenes Dorf, was halt komplett abseits ist von den üblichen Routen. Oder genau dazwischen besser gesagt. Die einen rennen meistens direkt nach Celeno, wo die Schüsse grad herkommen die ganze Zeit. Ja. Und die anderen gehen halt unten rum Richtung Balota und das liegt halt so in der Mitte. Und hier kommt kaum einer durch. Ja, ich kenn das ja auch noch nicht. Mhm. Also ich hab das Dorf irgendwann nach... Puh... Irgendwann um die... Lass mich lügen... Zweieinhalbtausend Spielstunden hatte ich da schon. Da hab ich das Dorf erst entdeckt. Aber du spielst schon mit der I-Survive-Karte oder... Na wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr. Nee, nicht mehr. Das find ich hier so auch. Na gut. Aber darum spiel ich ja ab und zu auch gerne mal neue Maps, ne? Da ist dann... Dieses Gefühl hier lost zu sein und so, das ist dann wieder voll da einfach. So, ich bin voll. Ja. Oh ja, jetzt auch. Nice. Ja, ich bin auch mal so ein bisschen hin und her gerissen. Weil irgendwie ist es halt auch geil, dieses nicht wirklich zu wissen und... Ja. Weil sonst guckst halt, okay Karte, ja das ist ein Brunnen, okay jetzt geh ich da hin und... Ja. Tatsache, da liegt noch ein Fett dahinten. Oh. Oh, da liegt noch richtig viel. Hast viel abgelegt, ne? Upsi. Hm. Also mein Rucksack ist voll. Ja. Wir müssen auf jeden Fall unbedingt... Komm, das schmeißen wir hier weg. Zack. Äh... Da, 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 da. So. Wie ist denn der Zustand deiner Schuhe? Ähm... Ich habe Turnschuhe makellos, also die sind... Okay. Nur so zur Sicherheit mal gefragt. Ja. Ja, es ist halt... Das ist manchmal schon... Und dann... Wollen wir mal... Genau, du meintest ja auch so... Irgendwann wird es halt so Gewohnheit und dann ist es irgendwie nichts besonderes mehr. Genau. Hm, genau. Aber... So ist es halt mit allem, ne? So alles, woran man sich gewöhnt, was man irgendwann in- und auswendig kennt... Wird halt irgendwann langweilig dann. Rich Matterhead. Dankeschön für deine fünf Gifted Subs. Macht das Sinn eigentlich, die hier hochzuklettern? Hm... Eigentlich nicht mehr. Ne. Also in der ganz alten Early Access Phase damals... Da war das noch so, da hast du da oben gerne mal Gewehre gefunden. Aber denkt man halt so, ne? Ein fettes Teil, Leiter... So, da muss ja irgendwas geiles oben sein. Hm. Ja, früher war das so. Auch auf den Schuldächern hast du da einen Haufen Gewehre und so gefunden. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum die das rausgemacht haben. Das war eigentlich richtig gut, immer. Nach hinten umsehen. Da gibt's ne Umsehen-Taste. Optimal. Also ich mach das mit alt. Du glaub ich auch, Fritz, oder? Ja. Ja. Ist glaub ich sogar standardmäßig. Bäume fällen und hacken in Real Life und jetzt auch noch in Spielen. Haha. Ja, das stimmt schon. Haha. Ja, das stimmt schon. Aber es ist witzig, ich hab in der letzten Zeit viel auch mit Freunden und so über DayZ gesprochen. Und ich find irgendwie... Ich sag immer, das ist fast wie so ne Simulation. Es ist kein Spiel irgendwie. Es ist so... Du musst halt auf so viel Scheiß achten. Es gibt so viele verschiedene Sachen, das... Ja. Ja, definitiv. Ich mein, die Entwickler sind ja auch, beziehungsweise nicht nur die Entwickler, das Spiel an sich basiert ja auf einer Militär-Simulation. Also die... Das stimmt, Ama, ja. Genau, Ama 2 war ja so der eigentliche Ursprung hinter dem Ganzen. Nur es war halt so gefragt, das Ganze, dass man gesagt hat, wird ein eigenes Spiel draus gemacht. Ja. Ja. So, und jetzt haben wir eigentlich fast nur noch Natur für den Rest des Weges. Uh, jetzt hab ich dich grad verloren. Ah, ja, 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 hab dich. Ah, da vorne, okay. Ja, ich tu grad so nebenzu alles essen. Also es lohnt sich eigentlich nicht, ähm, Essen im Inventar aufzubewahren. Mhm. Ich würde das immer so... Da hast du ja auch schon mitbekommen, dass man das eigentlich immer wegessen kann. Ja. Ja. Bis jetzt. Einfach allein deswegen schon, weil dann kannst du länger rumlaufen ohne, dass du was essen musst. Und solange die drei Pfeile nach oben gehen beim Essen, solange füllt sich auch dein, dein Energie, äh, wie sagt man, dein, dein Speicher, in Anführungszeichen. Der füllt sich dann so lange auch weiter. Ja. Ja. Reisegruppe, Oliw. Ach auch ein, geller Name, danke für diesen Blitz. Guck mal hier. Ah, da. Na, hier. ist für dich noch danke joker habe ich ganz vergessen dass ich da noch ein armband vorbereitet hat für dich also hier vorne das dorf das war früher auch immer viel frequentiert müsste es auch immer noch sein da würde ich nur ein paar gebäude mitnehmen und gleich durch weil dahinter kommt dann was viel coole was noch ja klar und er geht auf mich ja warum packt er nicht das mache ich habe ich aber gerade das war schnittwunder oh nice arbeitsschule perfekt genau hier hätten wir noch eine mosin jetzt für dich perfekt hier beim bett die bk 18 ich weiß nicht könnte man auch tauschen da vorne wäre jetzt noch so ein ja ich sag jetzt mal die einzigen gebäude die ich hier mitnehmen würde wären jetzt nur der jägershop und die kioske und diese langgezogenen schwarzen gebäude vielleicht noch da hätten wir die chance passende money zu finden ich habe zwei schuss für die mosin gefunden die lade ich bei mir gleich mal durch wasserflasche habe ich gefunden nice läuft ja wie am schnürchen nicht beschrecken ich bin hinterm haus ja jede hose klingt das schon mal gut aber die stimuliert aber gut die kann ich ja kann ich ja nähen das ist ja kein problem super ja dann ziehe ich deine jeans an die sind ein bisschen dunkler co jo ey ja ich 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 ok ich gehe schon mal zum kiosk weiter ganz knapp hinter dir müssen wir mal ein schwarzes langes gebäude jeans rock den kann man nicht gebrauchen hier ich mache gleich mal die häuserei noch weiter ein bisschen muni noch mal aber nicht für die mosin leider gelbe daunenjacke so perfekt jetzt hätte ich komplett durchgeladenes gewehr für dich hinter dir genau in die richtung überlegen ob ich die daunenjacke anziehe müsste ich gerade mal sehen ja die ist halt gelb aber die ist halt wenig sehr gut isoliert ja also jetzt am anfang ich würde sie anziehen guck mal hier am boden da habe ich jetzt einen karabiner hingelegt praktisch soll ich den gegen die mosin tauschen also ich würde die mosin die mosin leg die mal auf dem boden die nehme ich für dich jetzt auf dem rücken mit weil da hast du ja eh keine moni dafür habe ich für meine mosin jetzt zwei schuss und da hast du den karabiner mit zwei schuss perfekt jetzt haben wir schon mal sich nach einem schuss mit dem nachladen oder macht er automatisch du musst immer durch repartieren praktisch ja ok mit er dann immer mit einem schuss nachladen dann genau so was ich jetzt gemacht hätte wir haben dann noch hier war ich schon wir haben da hinten jetzt noch so eine kleine military da haben wir eine recht gute chance dass wir da noch money für unsere waffen finden da wäre ich jetzt das nächste hingegangen wir haben noch gar nicht darüber gesprochen wie lange machst du heute überhaupt ich habe bei mir nie feste streaming zeiten ich mache mal wie ich immer auch perfekt obwohl ich generell eher der typ bin der früh aufsteht und früher schlafen geht ich bin eher nicht so die klassische nachteule ich bin eher der typ der schon um sieben wach ist und um acht Uhr anfangen würde zu streamen frühs aber da fühlt man sich auch ein bisschen produktiver um die zeit ja ne der eine ist halt so der andere so ne ich hab halt meistens eher abends dass ich abkacke und andere leute stehen früh auf und denke ich so Alter ich komm gar nicht klar ja genau der bin ich ja ich bin morgens so jo ich bin da was machen wir puh puh jetzt könnten wir auch eine sache machen Wir hätten hier die Gefängnisinsel noch. Warst du da schon mal dran? War auf einer Insel, aber da war kein Gefängnis drauf. Also es gibt hier so eine riesen Gefängnisanlage auf einer Insel. Nein, da war ich noch nie. Wir können es uns aussuchen. Also, entweder Gefängnisinsel abchecken. Mega gefährlich halt auch. Klingt schon mal gut. Willst du noch Action, oder? Ah, ein bisschen Action geht immer. Aber was hier? Hier ist so eine Futterkrippe. Aber hier ist wahrscheinlich nichts, ne? Ah, ne, die Kleinen, die haben meistens nichts. Genau, Option B wäre halt. Wir gehen so durch diese ganze Gebirgsregion. Da ist dann auch so ein Riesen-Schloss, wo man noch finden könnte im Westen. So eine Gefängnisinsel klingt schon mal irgendwie nice. Das habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Dann gehen wir da hin. Ich meine, ich habe das sogar schon mal... War es das Tool im Stream, der nicht sogar schon mal dran vorbeigelaufen ist? Und dann meinte er so, da will ich mal rüber. Nein, das war Skalisti. Genau. Da hast du so eine Insel entdeckt. Da war ich sogar live dabei. Also ich war auf der Insel, wenn du jetzt die Karte so vor dir hast, wohnt ein rechts, ne? Auf der war ich drauf. Ja, Skalisti. Achso, ja. Ich glaube, Skalisti müsste das sein. Der andere war ich noch nicht. Okay, dann gehen wir da hin. Könnten wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Da ist noch so eine kleine Military am Strand. Und von dort könnten wir dann zur Gefängnisinsel laufen. Wenn du sagst Open Endstream, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das schaffen wir locker. Hattest du nicht gemeint, du hast einen Kompass? Äh, das war im letzten Game. Oh. Wo ich dann erschossen worden bin, als ich Wasser am Brunnen holen wollte. Nimm sie. Danke für den Sub. Dankeschön. Okay, dann muss ich jetzt gerade mal gucken. Wir müssen in die Richtung laufen, ja. Oh, du bist schon weiter, oder? Nö, ich hab mich abgetarnt. Ah, da hinten, okay. Hey, aber mit der gelben Jacke hier im Busch, das war jetzt gerade schon... Ich hab einfach in den Busch reingelegt. Genau, dann ist das jetzt hier Südwesten, wie wir laufen. Wie kommen wir da genau hin? Wie kommen wir da hin? Weil ich meistens beim Sport bin. Ich stehe auf, ich esse, dann fahre ich zum Sport, dann komme ich wieder, dann esse ich, dann arbeite ich, und dann ist Nachmittag. Weil du gerade arbeiten sagst, schneidest du deine Videos noch selber? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh, doch. Du machst es noch komplett selber, alles? Alles komplett selbst, außer, also jetzt sowas wie Seven vs. White, so ein Großprojekt, wo halt noch andere Leute mit dabei sind, sowas, das nicht. Aber meine normalen Videos schneide ich alles selbst. Krass. Ja klar, dann bleibt halt auch der Stil so erhalten, ne? Ja, das kriegst du auch anderen Leuten nicht. Also ich hatte schon mal einen Cutter für drei oder vier Monate oder sowas, aber ich war einfach nicht zufrieden. Ja. Oft ist es ja so, gerade jetzt größeren YouTuber so, deine, deine Region, mit so einer über einer Million. Ja, die haben alle eine Cutter und was nicht alles. Ja, habe ich alles nicht. Mich hat auch schon dann gefragt, ob ich einen hätte oder habe. Gab es sogar schon Leute, die haben sich direkt angeboten, aber da geht einfach dein eigenes, deine Handschrift geht da einfach verloren, so. Ja, und manche Sachen, die merke ich halt schon, wenn ich auf einer Tour bin, dann filme ich die schon so, weil ich schon genau weiß, wie ich die dann da schneiden will. Und ich, also das kriege ich gar keinem erklärt. Und ich dem das erklärt habe, habe ich selbst geschnitten. Also, wenn ich da anfange, jetzt ein übelstes Wortdokument aufzusetzen und zu erklären, wie ich mir das jetzt vorstelle und da und da denke ich mir so, ja, dann kann ich das selber machen. Ja. Aber wieder, wenn ich so Special-Projekte habe, wie so manchmal so diese Durchschlageübungsgeschichten, die ich gemacht habe, mit Mali zusammen oder halt dann Seven vs. White, das ist von Max und mir haben es geschnitten. Guten Abend, Apfel. Ravi, danke für die drei Monate. Oh, und Kamsko auch. Danke für die fünf Monate, mein Lieber. Dankeschön. So, jetzt dürfen wir dann doch recht bald ankommen. Uh, was ist denn jetzt los? Sunny, danke für den Sub. Dankeschön. Ah, okay, jetzt haben die Pfeile aufgehört, jetzt kann ich aufhören zu essen. Ja, klar, ich meine, das ist im Endeffekt, so, wenn du so in der Materie voll drin bist und ein anderer nicht, der weiß ja nicht, auf was er da genau achten muss, was er reinschneiden muss, was nicht und was ist wichtig für den Kontext, um dann den Ablauf zu verstehen und so weiter und du bist halt voll drin, weil es halt deine Leidenschaft und dein Hobby ist und ja, ich hatte, wie gesagt, ich hatte halt einen Cutter und dann habe ich halt, oder ich hatte es mal ausprobiert, das ist aber schon wieder ein Jahr oder anderthalb Jahre her, ja, anderthalb oder so und dann kann ich alles selber machen. Ja, wenn die zum Beispiel ein bisschen was dazu verdienen wollen und sagen, ey, ich bin ja auch im Studium, was in Richtung Medien, will das eh lernen und sowas in die Richtung, dann, ja, kriegst du das ja auch für, ich sag mal, Stundenlohn 10, 15, 10, 12, 15 Euro oder sowas, dann kannst du es halt mal hochrechnen oder bist halt bei einem Tagessatz von 100 Euro oder sowas. Das ist halt immer die Frage. Ja, und also, dann ist halt, du kannst ja nicht, pro Video kannst du es ja nicht berechnen im Endeffekt, weil du weißt ja gar nicht, okay, was für ein Video sprechen wir denn, wie lange dauert das und sonst was und ja. Und dann, ja, es gibt natürlich auch andere Leute, die machen einfach ein Modell, wo sie sagen, pass auf, ich drehe das Video, du schnellst das Video und von meinen YouTube-Einnahmen machen wir 50-50. Ah, ja. So, das ist ja auch eine Variante. Das ist im Endeffekt, jeder will ich selber wissen. Es gibt doch Leute, die stellen die Karte halt einfach fest ein und sagen, pass auf, ich zahle dir 3000 Euro im Monat und dann hast du halt eine 40-Stunden-Woche und schneidest halt alles und wenn es gerade mal nichts zu schneiden gibt, dann machst du auch was anderes, oder, ja. Aber, nee, hab ich alles nicht überzeugt. Krass, das doch so viel kostet. Uh, okay, ich muss die Mosin leider wegschmeißen. Ich habe hier gerade, guck her, eine Tundra. Du hast nicht so verdient 308, Moni? Äh, 380 ACP? Nee, 308, nicht 380. Ach so. Nicht, oder? Nee. Ja, okay. Wie kommst du besser klar, mit oder ohne Scope? Also, Ironsides oder Scope? Ich hatte noch nie einen Scope. Okay, also ich könnte dir theoretisch das Scope hier abbauen und dann für deine Waffe geben. Nee, lass ruhig bei dir drauf, alles gut. Das wäre so eine Möglichkeit gewesen. Aber schau, drum laufe ich gerne so diese, diese Loot-Route hier, den Westen entlang. Du hast da immer wieder mal so kleine, ähm, ja so Futterstände und so. da findest du immer wieder mal so ein Gewehr oder Munition dafür. Weil hier auch kein Mensch lang geht, einfach. Mhm. Wie spawnen die Sachen eigentlich auch wieder? Also, so wie ich das bis jetzt erlebt habe, war es immer so, dass die Sachen einfach da liegen bleiben und nach vielen, vielen Stunden wird das vielleicht mal doch ein anderes Item ausgetauscht, damit auch woanders wieder das Teil möglicherweise auffindbar ist. Es ist sowieso auch völlig irre, was da für eine, für eine Mechanik und für Logiken hinterstecken, ne? Oder was für Algorithmen, die halt bestimmt, was wird wo, wie gespawnt und in was für Abständen und wie viel und, hat ja einen extremen Spieleinfluss, aber, hier links ein Hochsitz. Ah, perfekt. Soll ich mal gucken, da ist auch mal schon was drauf. Nee, Tyrant, heute mal freitags. Hier ist auch ganz nahe ein... Hat sich angeboten, weil der Fritz, äh, Freitag Zeit hatte. Nee, Hirsch. Oh, brauchen wir den noch? Oh. Hier ist ein... Ich... Tatsache, da ist ein Hirsch. Also, du kannst ihn schießen, wenn du willst, aber wir haben halt wirklich kaum Muni. Wir wissen nicht, was wir gleich finden. Nee, ach, würde ich nicht. Wir haben ja auch hier, das Gefühl, schon vier Schafe gegessen. Mhm. Also, ich habe auch noch genug zu essen, übrig. Wir haben echt keinen Stress eigentlich. Äh, wie? So habe ich einen zweiten Schnitt wurden. Äh, runtergerutscht, oder? Ja. Das heißt, mir ist noch nie passiert. Ja, wenn du runterrutscht, oder? Ich muss mich schnell verbinden. Der Jagd gerade ist der Typ. Der Jagd gerade das Tier. Sieh zu dem? Nein. Moment. Ah, vor mir ist er. Habe ihn einmal angeschossen. Ah, da, was ist er? Hab ihn? Ja. Hä? Du auch, oder? Ich bin umgefallen. Ähm, der Typ mit dem Helm und dem Mundschutz, kannst du den finishen? Mit einem Kopfschuss? Mit der Axt mache ich das. Oder mit der Axt irgendwie? Ja, der ist schon tot. Okay, der ist schon tot. Super. Ähm, ich liege nebendran am Boden. Ähm, boah. Soll ich, muss ich doch was machen bei dir? Nee, ne? Nee, ich lebe noch. Meine Schutzweste hat mich zum Glück. Oh. Oh mein Gott. Ähm. Hast du Handschuhe? Moment, ich habe nichts mehr zum Schießen. Ich muss ganz schnell gucken, dass ich jetzt seine Waffen nehme. Ja, mach du erst mal hier. Ich gucke mal ein bisschen rum. Äh, genau. Guck mal bitte. Ich mache Rundumsicherung. Danke. Uh, das kam gerade überraschend. Ah, Zombie. Okay, kümmere ich mich drum. Mhm. Kommst du klar? Ja, ja. Ja, einfach schreien, wenn du Hilfe brauchst. Ich versuche dann zu helfen. Nee, nee. Mach du mal in Ruhe da. Ai, 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 ai. Uff. Was behalte ich? Was werfe ich weg? Oh Gott. Du bist gerade über mich drüber gelaufen, oder? Ja, ja, ich laufe hier gerade ein bisschen im Kreis und gucke so ein bisschen, glaube ich, in Bewegung. Hä, warte mal. Ich gehe mal kurz hier ein Stück weiter runter. Ja. Ah, nee. Es sind zwei Zombies, die er anscheinend schon getötet hat. Okay. Huch, der war genauso überrascht wie wir wahrscheinlich. Ja, das war, äh, war aus dem Nichts. Mhm. War der plötzlich vor uns. Ah, super, der hat Muni für meine Waffe. Perfekt. So, ich habe dann soweit alles durchgelootet. Und, genau, ich baue mir jetzt hier noch schnell einen Schalldämpfer. Ich würde dir die Maus in die geladene hier am Boden ablegen. Bei der Leiche praktisch. Da kannst du dich gerne bedienen. Auf den Schreck esse ich erst mal ein Steak. Mhm. Ohi, mohli. Genau. Bediene dich da gerne mal bei der Leiche. Ich gucke, dass ich meine Ausrüstung fit bekomme wieder. Es scheint, als wäre er alleine gewesen. Oh, was haben wir denn hier schönes? Aber da hat man gerade wieder eindrucksvoll gesehen, wie schlecht die Schrotflinten mittlerweile sind. Der war wirklich direkt vor mir gestanden. Und die Schutzweste. Okay, gut, ich bin ohnmächtig umgefallen, aber mehr auch nicht, ne? Die Schuhe, ich bin ohnmächtig umgefallen. Nein, 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 nein. ich habe ihn mit den oberkörper zweimal geschossen die schule nicht jetzt das war so aus als wäre der direkt von der military unten gekommen hatte vermutlich den gleichen plan wie wir die granaten habe ich nicht gesehen bitte die granaten nicht gesehen doch ich habe nur eine mitgenommen die reicht mir die wiegen halt auch recht viel die granaten und darum als zwei granaten ist hat ein kilo und darum ich nehme da eine mit und das reicht das ist noch so eine klassische situation wo ich jetzt hier hocke und so völlig überfordert bin weil ich denke alter haufen munition und magazine und das also was ich jetzt zum beispiel mache der typ hat zwei flaschen dabei genau und ich baume da immer direkt ein schalldämpfer dann draus direkt für meine winchester und für deine mosen mann ich baue den schalter vergleichen oder hast du die flasche schon brauchst du noch ein klebeband habe schon dann kannst du nämlich auf deine mose und das auch drauf machen genau beziehungsweise du hast hat kein scope da wird das ding jetzt eher behindern zum zielen aber auf vorrat ist das ding auf jeden fall nicht schlecht dann könnten wir eigentlich direkt durchziehen genau dieses acog oder acog kann ich nicht auf die mose aufpacken oder so leider nicht ne ja ich meine der typ war da unten eh schon looten weil man habe ich da gerade was gesehen hinter dem geliebunker da wurde gerade von der sonne so ein gelb schwarzes ding angestrahlt das sah gerade so aus als wäre da jemand aber wenn ich den schalldämpfer den selbst geworden jetzt auf die mose drauf mache dann kann ich nicht mehr ziehen weil ich noch trotzdem noch und schießt die leute auf 200 meter weg trotzdem teil mein kollege der geek der ist auch so ein verrückter mit pvp aber der ist schon kein mensch mehr da hat sich gerade ein zombie bewegt oder er war ein zombie bei den autos ja wir können ja einmal kurz druck flitzen oder nicht dass er doch eine waffe übersehen hat eine gute mache ich das rechte zählt mal eben schnell hier wäre nochmal so eine tarnhose falls du eine brauchst ich habe ja meine jägerhose stimmt du hast die jägerhose schon ich halte die jägerhose ruhig die ist damit am besten eigentlich die jägersachen verpackte 556 ja ein halbes munitionslager aber kann aber nichts mit anfangen gut ist die pumpe aber gerade ganz schön ich habe mir gerade angesprungen wegen dem typen meinst du eben ja das war plötzlich ziemlich nase aus dem nichts ich dachte dass er schießt auf uns aber der hat halt gejagt das war das erste was mir gerade im kopf kam wir haben eigentlich gut luft so weil die tiere vor uns waren und schüsse die nicht bei uns einschlagen habe ich mir gleich gedacht okay der jagt gerade eben da haben wir keinen stress aber er hätte mich trotzdem fast bekommen ja ich hatte ihn gerade im visier und dann wollte ich eigentlich störungen drücken damit ich halt luft anhalte habe aber irgendwie auf schiff gedrückt und dann war so scheiße und dann ist halt wieder komplett raus gewesen und dann sind gerade beide umgefallen okay okay ja dann schauen wir mal also die die gefängnisinsel die es oft ja da gehen sie auch gerne hin sagen wir es mal so kann man auch gut und gerne mal eine maschinenpistole auch finden mk hi er hat die zombies erschossen schreibt irgendwer das könnte ich auch sein weil ich habe ja weiter unten am haben zwei zombies gesehen oder der hat versucht auf keine anwurscht zu schießen wenn er doch mehrfach geschossen ja ja vielleicht auch das dann angelockt wer weiß du hast ja gemeint du hast zombies gesehen die ja es waren zwei tote zombies da wo er gestorben ist so keine 50 meter weiter unten dann hat er auf die zombies geschossen alle direkt hinlernen mhm aber da wird er daraus gelernt haben der kerl also sein sein gedanke in dem moment war wahrscheinlich auch so ach komm die zwei zombies die nerven mich die schieße ich jetzt mal schnell weg ja aber das ist ihm halt jetzt zum verhängnis geworden weil vielleicht hätte er uns ja zuerst gesehen sonst oder wir hätten uns gar nicht gesehen und wären aneinander vorbeigelaufen das ist halt daisy ne ein kleiner fehler drum benutze ich halt so gerne schalldämpfer ja aber gut ich seh ob ich mir bei dem hutsch da vorne äh bist du ja grad looten oder was? mhm ne ich hab den zombie grad kaputt gemacht also dieser shop hier der lohnt sich ab und zu da liegt öfter mal hinten so ein jagdgewehr oder muni das ist ja größer oh shit oh das ist aber sehr nah dran oder? boah ich seh grad gar nicht wo es eingeschlagen hat ja ist direkt bei uns lauf 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 schnell raus 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 wir werden krank sonst und sterben ohhhh nein shit ich wollt grad sagen ich hab das noch nie gehört dass es so nah ist das geht wir sind mitten in der wolke nein schnell raus hier alter what? das ist senfgas da kannst du dran sterben oh nein hoffentlich sind wir jetzt nicht krank geworden dadurch oh ich glaub wir haben es noch rechtzeitig geschafft so gehen wir schnell in den wald und verbinden uns du blutest auch sehe ich grad äh ja ja das sind diese toxic angriffe hier ja ja ich hab die schon oft mitbekommen ja aber halt äh nie so nah also ich hab noch nie gehört dass es so laut war aber gut jetzt weiß ich auch warum in der folge hat es uns auf den kopf gezimmert ne ich dachte ja dass man irgendwas sieht also dass man wie so ne art rakete vielleicht an dem ort sieht und sonst was aber ähm bei nacht sieht man es da ist dann kurz davor oh hast du noch ne mullbinde da ja wo bist du? ich hab dich aus den augen verloren ich bin geländet ja also ich brauch jetzt direkt ja 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 du hättest jetzt auch F gedrückt halten können dann achso du hast deine wunde schon verbunden weißt du? ja ja genau ah ok ok aber ich das war quasi die letzte so ok ja mal gucken was ich auch backup habe was ein stress ja das war grad echt knapp aber genau bei uns im letzten ekke von der map auf den kopf drauf da ist der hirsch fasziniert von der natur oder so laut ich will ihn ja schießen vorratstechnisch hätte ich noch mehr ist genug würde sich jetzt nicht rentieren eigentlich ich denke also wir haben noch vorräte und darüber hinaus auch wir würden halt dem der uns potenziell gleich abknallt würden wir einen riesen gefallen tun wenn wir jetzt den hirsch da schießen und voll durchbraten jetzt das prinzip ich will denen den gefallen nicht tun jetzt werfe ich bloß noch eben hier ein blick in das dorf rein bei mir ruggelt es gerade kurz ja bei mir what the fuck ich bin richtig am abzittern so performance probleme am pc oder ne pc nicht nur im game grad jetzt wieder weg sondern wir drin wir sind gar keinen schuss da ist ja gar keine munition drin habe ja keine waffe hast du gerade eine waffe in der hand ja oder nein ja die mosen aber da ist gar keine munition drin lass mich mal kurz überlegen ich habe glaube ich zwei schüsse auf ihn abgefeuert ja dann ist die mosen leer genau ok gut ich genau jetzt nur ein bisschen jetzt wo du sagst ich will übrigens da unten schnell den hunting shop mitnehmen aber das stand jetzt habe ich nur meine axt aber mal überlegen ich könnte dir ja komm da gebe ich dir die repeater hier komm herr fritz hier hinterm haus oder hier im haus schnell gebe ich dir die repeater das habe ich total vergessen dass die die munition ist ja schon verschossen ich habe es auch völlig verballert ich renne die ganze Zeit mit dem ding rum und bin am rumvisieren guck hier liegt noch ein bisschen muni am boden auch für dich und was hast du sonst noch die mosen und die repeater hast du jetzt genau ja ist die farbe ich das jetzt mache ob ich dann die axt durch die axt ins inventar packen sich die nicht als slot belegen ja die verbraucht im inventar weniger platz wie eine mosen zum beispiel im rucksack so dann packe ich die axt nämlich hierhin genau so dann packe ich die dahin was hat es mit dem magazin für die sportler oder was sportler aus sich hier also ich schmeiß das weg wir haben schon besser wegschmeißen ok haben schon bessere waffen gefunden von daher ach so ok die ist auch schon geladen hier ja ja ist das eine auf distanz oder ist das so ein nahkampf ding die ist so mit der kann man schon auch auf 100 meter jemanden so unter beschissen die ist jetzt nicht so krass stark die repeater aber ist okay kann man wenn man nichts besseres hat dann ist die schon okay sage ich jetzt mal immer noch besser wie eine wie eine sporter früher war die halt mega stark da war die fast wie eine mosen aber dann haben die das irgendwann ganz schwach gemacht mit der waffe leider ist ungefähr sagen wir mal vom schaden her so ein drittel wie eine mosen dominik 4643 vielen dank für die 100 bits da liegt ein militärrucksack auf den gleisen da würde ich jetzt schon fast ein hinterhalt vermuten wieso geht er zu dir ich war doch schon viel näher an ihm dran und er hat mich doch zuerst gesehen das ist der sie logik wieder oh ja der spieler ist jedoch gekommen der hat ja auch die muni ausgepackt oh lieber pullover also richtung ortsmitte gehe ich nicht das sind ganz viele zombies ja ich sehe es gerade ich würde aber gerade mal gucken wegen dem rucksack ich will nur kurz zur sicherheit schauen ob da in den häusern einer ist aber es würde ja dann sinn machen den rucksack in die hand zu nehmen und erstmal ein gebäude zu rennen oder ja oh ja der ist aber noch plus teen weil durch den angriff vorhin ist mein rucksack nämlich kaputt gegangen da kommt der jetzt genau richtig sehr gut oh nice ok ups bin ein gebäude weiter hier schmutz aber der mit er sagt das ist ja kein sport oder 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 ist das loot spawnen ja einfach so am gleis den hat jemand abgelegt garantiert bin ich mir ganz sicher da kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen wer den da liegen lässt mitten auf den gleisen vor allem aber man weiß nie ne vielleicht hat er grad pvp stress gehabt und hat dann da jemanden gekillt und noch ganz schnell den ausgezogen und gelootet die rucksäcke die spawnen ja meines wissens nach immer als letztes das würde dann auch erklären warum der da noch liegt weil vielleicht ist da jemand gestorben da unten wird ja gerne mal gekämpft ist sozusagen jetzt den strand den wir gerade entlang laufen der ist jetzt wieder nach cerno und viele laufen halt hier am strand diese route entlang um dort hinten bei dem militärareal wo wir gerade den typen gekillt haben sich so auszurüsten also ist schon so ein bisschen frequentiert hier mit spielern mal den wsd folgt mir das aber nicht der madden von dir oder der so weit wie madden ne 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 hat der auch twitch ne also kann sein dass er auf mich eine counter bei der stream top youtube so da könnten wir jetzt auf den werk hochgehen und von dort mal runter schauen ob wir da jemanden spotten vielleicht so 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 dem restlichen areal praktisch das sind halt viele so militärgebäude und ja das prisongebäude an sich halt noch also da oben hätten wir jetzt so ein leuchtturm von dort aus hätte man alles im blick dann krass habe ich noch nie so gesehen hier sind ja auch in den sinn hier ist jetzt gefährlich nicht abstürzen so von hier könnten wir gerade mal einen blick drauf werfen was ist das für ein geiler ausblick hier krass mhm wir könnten auch noch komplett zum leuchtturm hochlaufen da ist noch geiler und auch weniger gefährlich hier in den felsen habe ich jetzt sorge dass wir da runter fliegen mal kontrollieren ob hier jemand sitzt irgendwo theoretisch könnte man da hochklettern noch und dann hätte man einen kompletten ausblick dann das ist doch geil oder schön krass aus hier oben kann man halt auch rechtzeitig erkennen ob da leute schon rumlaufen nicht dass wir da jetzt rüber laufen und dann da jemandem voll in die arme rennen Small hm 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 Macht jetzt erstmal einen ruhigen Eindruck. Schon einen krassen Überblick, auch über den kompletten Strandbereich, über die ganze Straße. Ne, ich seh da jetzt niemanden. Ja, wenn du willst, dann versuchen wir's. Let's go. Schauen wir mal, da könnten wir vielleicht eine Maschinenpistole oder sowas noch einsacken da drüben. Oh, das ist eine gute Idee, da runterlaufen. Ja, hier. Hier scheint's recht sicher zu sein. Ja, da musst du aufpassen, diese Felsen, die sind manchmal wie so eine Schanze. Ja. Die katapultieren dich dann so richtig weit weg und dann bei der Höhe. Der Ingenieur haut 10,31 Euro raus. Ey, was denn halt los? Ey, der krieg sonst gefühlt. Nie Donations. Danke dir. Hi Fritz, ich war immer ein stiller Zuschauer, aber für die Idee von Sam Williams weiterhin entsetzt an die Umsetzung deines Teams möchte ich mich einfach mal einen kleinen Dankeschön da lassen. Mach weiter so. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Das freut mich, dass er so schön bei euch ankommt. Und danke für den Support. Ja, verdient. Hau mal. Wie lange der Hype anhält. Was sagst du? Mal schauen, wie lange der Hype anhält. Ist ja gerade alles noch recht frisch. Ich sag mal, die ersten ein, zwei Folgen, die haben immer die meisten Klicks. Das ist so. Ja, das ist normal. Grundsätzlich. Ja. Auch bei Gaming-Videos oder so. Oder bei Tutorials. Ähm. Aber ist schon so ein Ding. Also, mir und auch meinen Zuschauern, wenn wir mal so jetzt in den letzten Streams so gequatscht haben über die Folgen und diskutiert haben so. Ähm. Wie sagen alle, die sind heiß auf die nächsten Folgen. Ich bin auch heiß drauf, weil ich hab sie auch nicht gesehen und nicht geschnitten. Das ist ja der Gag daran. Aber so, im Nachhinein, das ist jetzt kein Spoiler so, denk ich mal, im Nachhinein. Ihr habt euch dann schon nochmal getroffen, so. Ihr wurdet dann abgeholt und habt euch nochmal unterhalten, so. Wer hat's geschafft, wer nicht. Du weißt praktisch schon den Ausgang von allem, oder? Jaja, klar. Okay. Also ich, ich, natürlich. Also, weil wir haben ja, äh, haben uns ja alle gesehen noch danach. Mhm. Ähm. Und, äh, es gibt ja auch ne, 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 ne Fazit-Besprechung, wo wir alle miteinander quatschen so ein bisschen und jeder über seine Erfahrung spricht und so. Weil es ja auch ganz spannend ist, glaube ich, nochmal zu hören, okay, was war für wem jetzt, wie die Schwierigkeiten und war das bei den anderen auch so? Und diese ganzen Nummer. Ähm, was kam wann wo wie vor? Ähm. Aber ich weiß ja trotzdem nicht, wie sah das bei denen aus? Was hatten die für'n Shelter, was? Mhm. So, so viele Details weiß ich halt alle nicht. Ja klar, dann ist es für dich auch im Endeffekt so komplett. Ja, deswegen feiere ich selber auch so hart. Weil, weil ich es halt auch einfach mir angucken kann. Wie so ne eigene Serie von mir, die ich, ja, ist irgendwie geil. Wie bist du da auf die Idee gekommen? Ähm, die Idee schwirrt eigentlich gefühlt schon seit Jahren im Kopf und ist von... Warte mal, ist hier wer? Ne, das ist ein Stein. Ähm, ist inspiriert von der Survival-Serie Alone, weil du die kennst. Das ist meine absolute all-time favorite, ähm, Survival-Serie. Und da ist das Konzept ein bisschen krasser. Und zwar, du hast zehn Leute, äh, ihr da zehn Gegenstände. Beziehungsweise haben die noch ein bisschen mehr Kram. Und, ähm, dann geht's irgendwie um, ich glaub, eine halbe Million, äh, US-Dollar. Cool. Und dann heißt es einfach Last Man Standing. Cool. Alle werden raus. Und dann heißt es einfach nur, du kannst jederzeit abbrechen. Der, der als längstes drin bleibt und zum Schluss drin ist, bekommt eine halbe Million. So, und, ähm, ich feiere die Serie halt ultra, so. Das ist aber auch noch mal krasser, was die Wildnis angeht. Und auch mit irgendwelchen Fallen und, äh, teilweise ein bisschen Jagd und sowas. Und die sind natürlich da deutlich länger als nur sieben Tage. Mhm. Und, äh, ich wollte sowas in die Richtung halt immer machen, aber halt auch mit mehreren Leuten. So isoliert zwar jeder für sich. Aber, weißt du, das, das Spannende an diesem Konzept ist ja, dass es Leute parallel machen. Mhm. Ähm. Und, genau, und dann haben wir immer die ganze Zeit überlegt. Ja, das ist schon seit Jahren, das ging das immer wieder her. Und ich meinte so, ja, das kannst du ja nicht machen. Es hat ja keiner so lange Zeit. Und, äh, keine Ahnung, nachher ist man halt drei, vier Wochen draußen. Du weißt ja gar nicht, wie lange es geht. Kann auch sein, dass es zwei Monate geht. Und das war immer dieses Hauptproblem der Zeit. Und dann, ja, hab ich das immer so ein bisschen verworfen. Und dann war immer der Gedanke, naja, also auf sieben Tage, das kriegt irgendwie jeder noch gedeichselt. Wenn wir noch Anreise, Abreise sind das ja mit zehn Tagen und Vorbereitung, vielleicht auch zwei Wochen. Das ist irgendwie noch realistisch, dass du noch Leute zusammen bekommst. Und, äh, ja. Dann kam irgendwann im Frühling, äh, der Punkt, wo wir gesagt haben, oder wo ich gesagt hab, ey, jetzt hier. Let's go. Mhm. Und dann ging das irgendwie doch recht zackig. Aber sieben Tage sind auch schon echt genug, gerade wenn, wenn's um das Thema Essen und so geht. Also am dritten Tag hast du ja wahrscheinlich schon so Kohldampf, wenn du's dann bis dahin nicht geschafft hast, dir so ein bisschen was schon zu sammeln und zu angeln und so weiter. Da muss ich dir ein paar Schafe aus der Herde ziehen. Jawoll. In Schweden, in der Wildnis. Oder im Bär. Äh, Pistolentaschenlampe. Na gut. Äh. Das ist, äh, nicht so geil. So Taschenlampen baue ich generell keine an die Waffen hin. Wissen denn die anderen noch, ob andere unterwegs sind bei der Alone-Serie? Ne. Das ist ja der Gag da dran. Die wissen halt nichts voneinander. So, die wissen nicht, ob da noch acht Leute drin sind oder die noch zu zweit drin sind. Achso, der Letzte kriegt dann einfach Bescheid so ab dem Moment, wo er der Letzte ist. Mh, ja das war immer so, dass, äh, wenn quasi der, der, der Vorletzte, ähm, rausgeht, dann haben die, ich sag mal ein Familienmitglied, ähm, Bescheid gegeben von dem tatsächlichen Gewinner. Der war aber immer noch draußen, der wusste von nichts. Und dann sind die halt zu dem hingefahren, beziehungsweise haben die sich da, naja, wie so ran geschlichen, sag ich mal. Und dann kam halt einfach so aus, aus dem Nichts das Familienmitglied, also Frau, Tochter, wie auch immer. Und meinte so, ey, hier, ich hol dich ab, du hast gewonnen. So, der war halt emotional pur, da haben halt alle geheult und völlig fertig. Das ist völlig krank. Und, äh, der Punkt ist, dass die halt dort immer mal wieder in unregelnden Abständen so, ähm, Arzt-Checkups machen. Mhm. Also klar, wir reden halt auch über mehrere Wochen und sowas. Mhm. Und auch über Leute, die halt krass dann abmagern. Mhm. Und, äh, genau, da haben die dann immer mal wieder Ärzte vorbeigeschickt. Und, äh, genau, da haben die halt dann wieder so'n, so'n Routine-Test vorgetäuscht und dann haben die halt da das Familienmitglied mit eingeschleust. Ja, ist, ist schon, äh, sehr geile Serie, muss man sagen. Krass. Taktische Unterjacke. Die hört sich ja gut an. Ja, die ist, glaub ich, auch recht warm, mein ich. Fällt mir. Die taktische Unterjacke. Kann man die Serie noch irgendwo schauen, fragt der Joker. Ähm, ja, es ist Pay-TV und ich weiß gar nicht, ich glaube bei Sky ist mit drin. Ich glaub bei, es gibt auch Telekom, hat ja irgendwie auch so'n eigenes Ding. Da war die mit drin. Ähm, müsste man wahrscheinlich einfach mal nach Googlen. Aber die ist schon sehr geil. Habe ich hier? Pionier-Magazin? Keine Ahnung, ich nehm das immer alles erstmal mit. Oh, hier sind ja auch bei die Zombies. Hm. Wirst du noch ne Cold-Pistole? Ja. Ich lass, ich lass die jetzt mal eben hier liegen. Wo bist du, du bist hier? Genau, bei der ersten Baracke noch. Weil ich hab da eine gefunden, die vom Zustand her besser war. Hallo, stört mal. Alter, der war jetzt hier. Ja, wegen Schutzweste. Die halten immer viel aus. Wenn du so'n bisschen in den Himmel zielst, Fritz, dann triffst du öfter den Kopf. Also wenn du so im, sagen wir mal, wenn ich jetzt richtig schätze, ungefähr im 20 Grad, 30 Grad Winkel, so nach oben schaust, in die Luft, dann erwischst du öfter seinen Kopf und dann fällt er schneller um. Gerade mit der Axt geht es dann recht schnell. Was ich jetzt aber mache, ist, ich schleiche mich jetzt einfach an und pikse die Messer von hinten weg. Das geht nun noch einfacher. Oh, oder auch nicht. Ich wollt grad sagen, ich guck zu dir rüber. Das sieht aber irgendwie nach was anderem aus, was du da machst. Ja, mal klappt's, mal ist's nicht. So, ich glaube, du bist ja schon in den anderen beiden Baracken drin, ja. Äh, ich bin hinter dir, hier rechts in den war ich drin, bzw. Nee, war ich noch nicht mehr da. Die Baracken guck ich mir noch mal an. Sturmweste! Uh! Das war, glaub ich, ganz geil. Ja, also die Weste, die du grad eben anhattest, die bietet halt ein bisschen Schutz, ne? Äh, hab ich die da, jetzt hängt die in der Wand drin hier. Also, ja, nein. Ist so ein zweischneidiges Schwert mit den, mit den Schutzwesten. Oh, da liegt ne Axt einfach so auf dem Boden an einer sehr komischen Stelle. Hat da jemand nen Köder ausgelegt? Ähm. Jedenfalls... Momentan ist halt so... Hä, da liegt überall Loot rum, what the fuck? Aber so, wie es halt normalerweise nicht spawnt, ne? Hier im Prison. Hm. Also, momentan ist halt so, ohne Weste... ...du verlierst viel Lebensenergie bei nem Angriff. Mit Weste, du behältst Lebensenergie fest, aber schneller ohnmächtig. Ach, krass. Mhm. Drum hab ich vorhin den Angriff halt überlebt, aber war halt direkt nach einem Schuss dann ohnmächtig. Und da musst du halt entscheiden, so, ne? Gerade wenn man im Team jetzt spielt, dann machen die Westen in meinen Augen halt ein bisschen Sinn, weil... ...man kann sich ja gegenseitig immer noch helfen, so. Äh. Auch wenn der Teammate dann schon ohnmächtig am Boden ist. Und kommt auch schneller wieder vom Fleck, weil man sich eben durch die Schutzweste viel Schaden... ...so erspart hat. MK2-Pistole? Uh, da hätte ich ein Magazin dafür. Glaub ich zumindest, oder? Ja. Hab ich sogar noch. Nice. Äh, das ist sehr gut. Mit der MK2 kannst du die Zombies mit einem Kopfschuss lautlos ausschalten. Achso, stimmt. Das Ding hat ja, ähm, so einen integrierten... Guck mal hier. Mhm. Boden. Ähm, Menschenfeind und Frimmiblen. Danke für eure Subs, meine Lieben. Dankeschön. Tah, ähm... Was ist denn... Wo sind die Nichtärer? Naja... Ja... Genau, jetzt könntest du eigentlich statt der Axt zum Beispiel... Also nur ein Vorschlag von mir, ich würde jetzt so die MK2 einfach in die Hand nehmen und wir werden eh gleich noch auf ein paar Zombies treffen und die kann man dann ganz easy halt mit einem Tab dann ausknipsen so. Dann haben wir hier nicht immer das ständige Rumgeprügelt hier mit denen. Sorry, wenn ich da jetzt mit dem Perfektionismus da ein bisschen so... Nö, tschu. Ja, gibt es solche und solche. Ich hatte halt auch schon Teammates, die fanden das halt voll nervig, wenn ich da so Vorschläge gemacht habe. Oh ne, da bin ich sehr dankbar über verschiedene Sachen. So. Also hier in den Gefängniszellen, da bin ich ehrlich gesagt nie erfolgreich bei der Suche. Was? Wie groß im Verwinkel ist denn das? Ja. Also wie gesagt, in meinen Augen lohnt sich das gar nicht wirklich hier groß zu looten. Nur den Turm hoch und die Balkone, die lohnen sich öfter. Da liegt auch mal gerne eine Sniper oder so rum. Da ist wirklich gar nichts drin. Mhm. Also die Gefängniszellen, da hast du höchstens Gefängnis-Outfit so ab und zu mal. So knastig Outfit. Hier oben war bloß Schrotflinten-Muni. Genau. Da oben war ich schon bei dem Balkon auf dem Turm. Also ich war hier halt schon so oft, ne. Ich weiß auswendig, wo das Blut liegt. Darum können wir hier gerade eben Prison Island Speedrun machen. Hier ist noch Muni. Dann gehen wir nochmal hier ein Stock lang tiefer. Und dann geht's hier weiter über die Mauer praktisch. Und hier liegt öfter mal eine Pioneer, also so eine Polizeisniper hier am Boden. Genau, und jetzt könnten wir noch hinter praktisch, ähm, in den Hinterhof, wo die Knastis praktisch den Freilauf haben. Hier ist ganz selten auch mal noch vielleicht eine MP5, meine ich mich zu erinnern. Hier liegt eine, ähm, eine Glock. Hm. Guck mal, hier liegen auch Schrotflinten und so. BK 18. Ein Schuss-Diegel-Magazin, aber ich glaube, ich habe keinen... ...wär kein Magazin dafür. Hast du eigentlich schon ein Magazin für die Maschinenpistole? Ähm... Beziehungsweise, du hattest, glaube ich, eine Scorpion, oder? CR-75 habe ich. Ah, eine CR-75. Gut, dass du sagst, schau mal hier am Boden. Ja. Und die Muni dafür. Ja, ich habe auch nur das Magazin. Achso, Magazin hast du. Ah, okay. Also, kann ich auch wieder zurückgeben. Ja, dann nehme ich das mal mit, falls wir die Pistole noch finden. Ich dachte gerade mal, äh, Pistole hast du schon. Ne, ich habe jetzt die, äh, M-Log, also die Glock. Hm, cool. Aber dafür habe ich kein Magazin. Hm. Ne. Dann hätten wir hier noch... Oh, oh, hier ist... Hier war auf jeden Fall ein Spieler. Hier liegt voll viel Loot rum. Hä? Ich würde gerade sagen, das war doch... Vielleicht war das Steak oder irgendwas. Hm. Ganz komisch hier. Der Fangnismütze. Oh, die MP5, ne? Die können wir nicht liegen lassen. Die muss mit. Ich habe ja auch noch zwei Visiere mitgenommen, ne? Oh, ja. Das könnten wir drauf bauen. Ja, warte, ich droppe die mal kurz. Guck mal. Dann haue ich hier die... Ah, super. Na, perfekt. Das verpackt in deinem Manuel da. Dann hoffen wir mal, dass wir da noch... Das wird da noch ein Magazin für die MP5 finden. Die ist nämlich schon ganz nice eigentlich. Hier liegt nochmal eine Scorpion-Maschinenpistole in dem anderen Raum gegenüber. Wie wir uns gefunden haben. Ich denke mal, dein Chat wird dir gesagt haben, wo du ungefähr bist, oder? Äh, wann jetzt? Wir sind vorhin in Czerno, wo wir uns das zweite Mal getroffen haben. Achso, nö, das habe ich selbst gesehen. Ah, das hast du schon. Ja, ja. An den Hochhäusern erkennst du das ja sofort. Mhm, ja. Ja, und ich habe halt auch direkt zufälligen Czerno-Spawn bekommen nach unserem ersten Tod hier. Und dann, ja. Haben wir uns gleich getroffen. Ganz easy. Hm, da ist noch ein Zombie hier in der Mitte. Ja. Der letzte Knastbewohner, der noch seinen Freilauf genießt. Zweiter Turm, ne, da liegt auch nichts komisch. Oh, Handschuhe ist nicht ruiniert, verdammt. Runtersliden, oder was? Ja, ja, ja. Handschuhe ist nicht kaputt gegangen. Die nehmen da auch Schaden. Also wenn du, wenn du auch, wenn du jemanden auch verprügelst oder so. Also nicht alles Schaden, so die ganzen Aktionen. Irgendwann sind die dann ganz durch. Danke für euren Tipp. Ich habe hier so viel Munition, aber irgendwie ist das hier alles Bullshit. Was auch eine einfache Option ist, so, du nimmst einfach ein Magazin in die Hand und hältst R gedrückt. R gedrückt, ja, ja. Und dann siehst du, ob du das Zeug im Inventar so hast. Ja, siehst du, das ist doch meine neue Taktik. Ich nehme einfach jede Munition mit. Genau. So, ich loot hier schon mal die erste Baracke. Oh, noch mal hier ein Schalldämpfer am Start. Was für ein Zustand hat denn deine M-Lok? Meine M-Lok. Was ist M-Lok? Achso, äh, abgenutzt. Okay, weil hier wäre jetzt eine, die wäre Warn. Die packe ich mal für dich ein. Die gebe ich dir gleich. In der Baragon? Achso, hier, ja. Äh, hier, da ist die Lok. Hier wäre noch eine zweite sogar gewesen. So, noch mal eine Colt. Huh, eine UMP-Maschinenpistole und noch mal eine Maschinenpistole. Die sind aber beide abgenutzt. Äh, die M-Lok? Ja. Also die hier ist... Achso, abgenutzt. Ah, ja, auf Deutsch ist das ja Warn, genau. Äh. Ah, ich dachte gerade, im Deutschen ist abgenutzt gelb. Alter, das liegt ja alles rum. Ja, ist gut, Prison Island, ne? Guter Spot. Kann ich ja akimbo machen, zwei Glocks links und rechts. Hattest du nicht noch, äh, 380er? Ich hab alles, ja, 380er hab ich ja. Aber ich hab halt kein Magazin. Ich hätte ein Mac. Willst du die MP5 mitnehmen? Ich hab hier ein Magazin mit der Skorpion gefunden. Genau. Eine USG hätten wir ja auch noch am Boden. Die MP5 hätten wir noch am Boden hier. Wobei die USG... Ja, wenn wir dann ein Magazin dafür finden. Ja, da sind halt nur unsere Magazine dazu. Mhm. Bist du so nett und legst mir die 380er nur auf den Boden. Das sind diese grauen, kleinen. Kann ich ja die Maschinenpistole gleich noch... Wobei, es hat sogar noch gereicht zum Durchladen. Aber dann könnte ich noch mehr... Könnte ich noch mehr Patronen dann... zum Durchladen für später. Mit einpacken. Ah, wo sind die Maschinenpistole jetzt hinten? Hier. Zack. Oh, nice. Perfekt, danke. Schade. Puh. Jetzt sind wir schon gut ausgerüstet. Guck mal, hier wäre für dich jetzt sogar noch mal ein... Magazin für die Skorpion. Du hattest doch auch eine, gell? Ne, aber hier drüben liegt doch einer. Genau. Dann könnten wir für dich... Dann gebe ich dir hier noch mal... Schau mal, hier. Ich gebe dir noch mal Munition für die Skorpion. Dann könnten wir für dich jetzt auch eine durchladen. Das wäre schon gut, ne? Vollautomatisch. Ja, ja, ja. Vor allem die ist richtig stark, die Maschinenpistole. Ja, die hat letztes Mal ausgespielt. Spät. Die wird unterschätzt. So, hier drüben waren... Wo waren die? Äh, die hatten wir da im Gang bei diesen... Also, wo wir vorhin durchgelaufen sind bei diesem Gang. Da hatten wir... Die Skorpion noch liegen. Ne Jacke? Brauchst du noch ne gute Jacke? Äh, ich hab glaube ich immer noch meine... Naja, obwohl, ne. Ich hab meine, äh, taktische Unterjacke. Mhm. Also, hier wäre noch eine mit 42 Plätzen. Wo bist du? In dem... Ah, ja, okay. Bin bei dir. Genau, da boden die noch. Oh, die sieht natürlich schon nice aus. Okay, das war's. Dann hätten wir die Prison-Insel durch, soweit. Naja, müssen wir noch die, ähm... Na, wie hieß die jetzt, die Waffe? Skorpion. Genau, die Skorpion noch. Ähm, ich geh ganz kurz aufs Klo, ja? Ja, ja, ja. Warte, wo war die Skorpion? Die war doch hier in diesem Klang da irgendwie. Wir haben jetzt ja eine... War die hier? Komm, die Slacks brauch ich nicht. Hier. Skorpion, Skorpion, Skorpion. Skorpion hier, zack. Tauschen. Rein damit. So, Skorpion auf die 6. Dann will ich mal was checken hier. Tauschen. Kombinieren. Schärfen. Die Glock hat ein Magazin auf dem Bett. Was? Keine gesehen. Mal gern nochmal checken. Kampfmesser ist abgenutzt. Kann man das nochmal machen? Ne, nochmal kann man das nicht. Nice. So, Kampfmesser kommt erstmal hier. Die 7. So, und was? Wo, wo? Auf dem Bett? Welchem Bett? Auf der Baracke hier, oder was? Wo war hier ein Glock-Magazin? Hier? Nee, das sind hier nur Gummi-Slacks-Shots. Im Lock. Hier ist auch kein Magazin. Ach, Kappas! Oh Gott. Hey, siehste, das ist halt, wenn du nicht richtig guckst. Failed. Mach ich die hier rein. Paschen. So. Da, wenn ich... So, alles ruhig. Ejo. Die eine M-Block hier in der Baracke hatte noch ein Magazin drin. Hab ich jetzt nochmal durchgeladen. In der Baracke? Ja. Hier auf dem Bett. Ach, nice. Okay. Perfekt. Und die Skorpion habe ich mir auch jetzt geholt und Magazin fertig gemacht. Perfekt. Gut, dann hätten wir die Prison-Insel durch. Ich würde jetzt, was noch schon, das Verfahren eben, den Turm hier abchecken. Hier im Gehöf sind die ja einigermaßen sicher. Ah, ne, hier ist auch nichts. Okay. Okay. Das ist die Frage, wo gehen wir als nächstes hin? Hm. Zurück nach Cerno. Schlachten. Schlachten? Hast Bock, oder? Nee, keine Ahnung. Oder wir gehen nach Celeno hoch. Könnten wir auch machen, wäre eine Idee. Celeno wäre halt ein bisschen, ich sag jetzt mal, stilvoller. Ja. Wehrlose Leute in Cerno abschlachten, das mache ich nur außerhalb des Streams. Nein, Spaß. Ja, wenn es mal Leute gefesselt und mit Menschenfleisch gefüttert. Habt ihr gemacht? Ja. Okay. Alles klar. Ich habe halt einmal gemacht und da dachte ich mir so, ja okay, das ist schon sehr ehrenlos irgendwie. Ja. Also mir gibt das irgendwie auch gar nichts so, ne? Klar, jeder hat da mal irgendwie so seine... Aber einmal musste ich es ausprobieren. Hm. Oh mein Gott. Hattest du jetzt die MP5 noch dabei? Nee. Hm, da wäre so ein Art-Hog-Visier drauf gewesen für die Sniper hier. Ich renne nochmal kurz zurück. Boah, ich renne da mal eben kurz zurück. Ja, du kannst ja auch warten, wenn du willst. Oder nicht zurücklaufen möchtest den ganzen Weg. Wird jetzt nicht so schlimm. Ah, okay, du machst den Zombie schon. Alles klar. Frage, lohnt sich das DLC von Daisy? Also meiner Meinung nach lohnt sich Livonia schon zu kaufen, ja. Also ich glaube, gerade du Fritz, du würdest mit dem DLC von Daisy... Ich glaube, du hättest da viel Spaß daran, weil... Das ist eine neue Karte einfach, oder? Das ist eine neue Karte, aber von den Entwicklern richtig gemacht. Und... Die wird sogar... Oh, hast du den Zombie gerade? Ja, ja. Ah, alles klar. Gut. Ähm... Moment, wo war ich stehen geblieben? DLC, Livonia. Genau, Livonia. Ich bin gerade nebenbei hier gerade noch am Schauen. Shitmaster, danke für den Sub, mein Lieber. Dankeschön. Genau, da hatten wir die Waffe. Hattest du zufällig noch einen Waffencleaning-Kit? Äh, ne, ich hab nur einen Schleifstein. Mhm. Okay. Entschuldigung. Okay, also bei Livonia ist halt so, du hast oben im Norden einen Haufen Häuser, den ganzen... Ja, so ein Flussgebiet entlang. Ist halt viel saftig-grün-Natur. Und... Verdammt, wo ist das Magazin jetzt hin, wo ich gerade geladen hab? Hä? Okay. Alles klar, hat's durchgeladen. Jo, ähm, und... Wenn du dann runter in den Süden läufst, da hast du wirklich nur noch Natur, Bären, Wölfe. Okay. Ab und zu halt Wildtiere, so, die dich verspeisen möchten und ansonsten hast du wirklich nur Dschungel und, und, ne, musst dich da halt komplett durchschlagen, so. Das ist gerade am Anfang, wenn man so mit dem Spielen, also wenn man die Map noch nicht so gut kennt und nicht weiß, wo die ganzen Orte und so sind, da hat man richtig den Survival-Spaß auf jeden Fall auf Livonia. Okay. Also, das ist nicht so wie hier Gennaro, sondern an jeder Ecke Dörfer und überall Möglichkeiten, sondern da musst du dann schon ein bisschen genauer wissen, was du tust. Vorausgesetzt, du gehst in den Süden runter. Genau. Ja, damit wäre auch schon die Frage von PJ beantwortet, so. Also, in meinen Augen lohnt es sich schon, wenn man Bock hat, sich darauf einzulassen, so. Ist auch von der Optik her besser, finde ich. So eine grafische Gestaltung. So, dann würde ich denselben Weg wieder zurückgehen und schwimmen. Mhm. Oh. Alter Vater. Okay, äh, ich sperre dich kurz ins Prison ein. Oh, ja. Ja, die, die rum hinter mir sind. Okay. Oh, 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 oh. Ah, du bist voll reingerannt, oder? Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Okay. Okay. Äh, schau mal hier in die Baracke rein. Praktisch in die Baracke reinrennen. Und ich sperre dann die Tür zu. Also natürlich welche in der mir auch, okay. Genau, und wenn du rausrennst, dann... Ah, okay, ja, das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Moment, ich versuche es eben mal selber, Sekunde. Mhm. Genau, den ersten hätten wir schon mal eingesperrt. Zack. So, dann sperre ich den zweiten ein. Hui, sind alle Türen noch zu. Oh, Mann, ey. Also du musst im Grunde genommen nur, äh, in die Baracke rein. Und dann im Gang hier raus und die Zombies dort einsch... Äh, bist du tot oder unnötig? Ne, unnötig. Okay, gut. Ja, ich verblute nämlich gleich. Wegen den Zombies. Genau. Ich muss bloß ganz kurz die Wunden zumachen. Ich hole dich sofort. Sicherlich die ein oder andere auch. Also im Prinzip, du musst nur in die Baracke reinlaufen. Dann warten, bis die Zombies halt reingelaufen sind. Und an denen vorbei dann praktisch, ähm, hinter dir die Tür zumachen. Dann bleiben die drin, so. Ups. Ah, falsche Taste. So, ja, shit, ne, jetzt habe ich hier... Ah, scheiße. Ich habe auch meinen letzten Verband hier. Äh, ja, ich habe... Achso, ich kann ein Näh-Set nehmen. Ja, das geht auch. Ich hätte auch Alkohol zur Not. Für Desinfektion. Ja, mein Blut ist rot und am Blinken. Oh, sag das doch. Oh nein, shit. Ich hätte, ich hätte das Salinberg dir auch geben können. Ah, jetzt habe ich auch noch ein Krankheitssymbol. Das ist nicht so schlimm, das ist nicht schlimm. Da machen wir Alkohol dafür, ähm, zum Behandeln. Verbind du mal deine Wunden? Ja, das habe ich jetzt gerade. Okay, sehr gut. Genau, dann behandle mal bitte mit der Alkoholflasche deine Wunden. Eine Anwendung reicht. Genau. Ja, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass du die in die Baracke einsperrst. Ja, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ging gerade alles ein bisschen Schlag auf Schlag, aber... Es kann nur sein, dass du jetzt gleich ein bisschen, ja... ...des öfteren mal... ...dich schlafen legst. Ja, ja. Das lief jetzt nicht nach Plan. Naja. Aber das ist mir schon so oft passiert, dass ich tatsächlich echt durch Zombies irgendwie... ...klötzlich drei, vier, bam, und du hängst dann fest, du kommst nicht mehr weg und denkst so, es kann nicht wahr sein. So, ich habe bloß noch mal kurz hier in die Baracke reingeschaut, weil hier die Türen noch zu waren. Hast du die geschlossen hier oder gar nicht gelootet? Die ganz linke... ...meine nach... ...äh, da war ich überall drin. Überall, oder? Das war mir auch nicht. Weil da waren Türen zu. Hm. Komisch. Weil wenn du die nicht zugemacht hast, dann hat die theoretisch jemand anders zugemacht. Also, ich kann mich gerade nicht erinnern, dass ich irgendwelche Türen da in der Baracke zugemacht habe. Vielleicht hast du die auch rausgelassen, das kann auch sein. Ah, ich lächle mich noch mal kurz schlafen. Ah, okay, alles klar. Gut, dann... Gute Morgen. Ja, bin ich wieder. Patrick, servus. So, alles klar. Gib mir einfach Bescheid, wenn ich dich wieder aufheben soll. Ich habe gerade eben hier einen Salinbeck reingedrückt, dass das Blut sich schneller wiederherstellt. Das hätten wir jetzt für dich auch nehmen können. Genau. Jetzt ist es nur gefährlich. Bis dein Rot aufhört zu blinken, musst du am Ufer warten. Weil wenn du ohnmächtig umfällst im Wasser, dann war's das. Oder stickst du? Erst mal eine Zucchini essen. Ah, genau. Wenn es mal wieder länger dauert, schnappt dir eine Zucchini. Hä, was? Pizza, hi. Ah, ja. War wohl zu viel Zucchini auf einmal. Ja, Mann. No wrist, no fun. Ab mit dir ins Wasser. Nein, nein, nein. Hm, geh ich mal bis in die Umgebung hier abscopen. Nicht, dass da am anderen Uferend, der jemand auf uns wartet. Hätte aber nicht erwartet, dass das heute so ruhig abläuft, wenn wir beide hier am Start sind. Ja, so ist das manchmal. Ah, ich mach nochmal kurz ein Niggerchen. Außer das Spiel selber, das lässt uns keine Ruhe irgendwie. Was ich jetzt gleich mal mache, dein Zwing-Kit hier, das desinfiziere ich gleich, dass das nicht nochmal passiert. Habe ich gerade gemacht. Oh, hast du schon, okay. Ja, wie kann ich es gerade nicht aufnehmen? Dann musst du, glaube ich, jetzt. Ah, hast du es, oder? Ja, jetzt habe ich es. Und jetzt habe ich es auch auf der 1, ja. Wollte gerade sagen, sonst re-log. Ja, ne, hat jetzt funktioniert. Ah, okay. Aber mein Blut ist leider immer noch am Blinken. Oh. Oh, nochmal schlafen gelegt. Ja, Patrick. Meine große Ausnahme. Leute, 15.000 Abos-Special ist komplett gefilmt. Und auch schon fertig geschnitten, habe ich gestern Nacht noch gemacht. Ich war voll motiviert. Ich muss nur noch ein Thumbnail machen, dann kann es erscheinen, das Video. Chat schreibt, das ist ein Zeichen dafür, in echt schlafen zu gehen. Oh. Wenn der Charakter sich immer hinlegt. Okay, jetzt hat es aufgehört zu blinken. Perfekt. Aber es ist noch rot, aber... Ja, ich werde mal hier Ausschau halten, während du rüberschwimmst. War das hier? Ne, das war hier rechts, oder? Das war hier, ja. Hier geradezu? Die linke Insel, genau von da sind wir gekommen. Und ich halte hier mal ein bisschen Ausschau. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat uns einer beobachtet und wartet schon. Wer weiß, wer weiß. Wie kommt es, dass wir zocken? Ich habe den Fritz einfach gefragt und er hat gesagt, let's go. So sieht es aus. Vorher hast du mich ja schon echt oft gehostet. Danke da an der Stelle nochmal persönlich, gell. Der Fritz hat mich schon öfter supportet hier auf Twitch und dann habe ich mir gedacht, okay, komm. Die Fans machen Druck. So befinde ich mich mal, den Giganten von YouTube hier zu fragen, ob er Bock hat. Und ich habe niemals mit einer Antwort gerechnet von ihm. Nie im Leben hätte ich gedacht, Fritz, dass du mir antwortest, wirklich. Das schreiben, wenn ich dann den Leuten antworte, schreiben die es immer. Gerade mit einer Million in Abwurzeln, also nie im Leben hätte ich gedacht. Fällig am durchdrehen. Wie meinst du, die Leute chillen auf Instagram? Nein, weißt du, wenn mir, keine Ahnung, ich mache irgendwie eine Story oder so, dann reagiert irgendwer drauf, ich gucke meine DMs und schreibe irgendwas zurück, antworte halt drauf. Ah. Und dann so, oh mein Gott, und bla, und bin ich am durchdrehen. Ich denke mir so, ja, du chillst halt gerade auf Instagram und ich chill auch auf Instagram. Bis jetzt. Nur ein normaler Mensch. Genau, es sind halt auch nur Menschen im Endeffekt. Ja, krass, zweimal der gleiche Baum. Oder so dreimal. Kann man sich abtrocknen, dann wird gerade gefragt. Man kann seine Kleidung ausbringen. Ja. Also, auf einer Maisk wäre das jetzt schon eine tödliche Sache, wenn wir hier mit nasser Verkleidung weiterlaufen, aber hier auf Gennaros ist das total bumpe eigentlich. Aber so zuerst, du bist ja du eigentlich auf der Gennaros. auf mich gekommen, hast du mich jetzt so über die YouTube-Suche gefunden oder haben Zuschauer mich vorgeschlagen? Nö, einfach weil ich nach Daisy Kram gesucht habe und dann waren wir die ganzen Videos angezeigt und dann habe ich mir die ganzen Tutorials reingezogen. Ja. Und was mir teilweise aufgefallen ist, ich hätte mir erst ein paar Tutorials reingezogen, weil ich dann halt selbst gezockt habe und dann war ich glaube ich irgendwie weg und konnte quasi nicht selbst spielen und dachte, naja, komm, dann um die Sucht zu befriedigen, guckst dir ein paar Gameplays an, so nach dem Motto. Und dann habe ich halt so mir verschiedene Gameplays angeguckt und ich muss sagen, es gab halt andere Daisy-Youtuber, was auch immer und die haben aber das halt, ja, das Spiel nicht so ernst genommen, weißt du, das war halt alles so auf, ey, ich bin mit meinem Kumpel am Daisy-Zocken, bin nur am Rumblödel und haaa, haaa und ich hätte mir so, ja, aber ich fühl's halt irgendwie nicht, ich will dieses Endzeit-Feeling haben und als ich ja noch wie bei dir halt, äh, Videos gesehen habe, das war so richtig so, okay, ich lass mich voll auf dieses Roleplay-Ding ein und, äh, fühl das halt auch in dem Moment ist, hat dann irgendwie mehr gebockt, mich auch anzugucken. So, wenn du das halt auch ernst nimmst, keine Ahnung, das ist ein Gegner, okay, was machst du, irgendwelche Überfälle, ja, redest du jetzt mit dem und, ah, ich bin mir nicht sicher, ah, ich beobachte den erstmal, nee, nee. Ich hab mich aber auch echt krass reingesteigert in das Spiel früher. Ja, aber das ist geil, das ist mega. Also, das ist für mich immer so, klar, ich mein, mittlerweile bin ich halt jetzt an dem Punkt, ich hab's halt so viel gespielt und durch die Tutorials auch fast schon so auswendig studiert, das Spiel, dass da jetzt, ähm, ja, die Suppe auch nur noch so lauwarm für mich ist, bin ich ganz ehrlich. Ja, ja, glaube ich. Ähm, klar, grad vorhin der eine Spieler, ne, da, da, da bin ich auch wieder so leicht ins Schwitzen gekommen und dann, da kam die Nervosität halt krass hoch wieder. Also, das Feeling ist halt trotzdem immer noch da, ist halt immer noch intens so, das Spiel zu zocken und da vergesse ich dann auch teilweise echt, dass es ein Game ist, so. Weil du, du bist halt so lange mit dem Charakter unterwegs, wenn du's, wenn du's halt schaffst auch. Ja, genau, das ist ja der Punkt, das ist halt nicht irgendwie, ich spiel ne Runde CS und ja, komm, ich probier jetzt mal, ich guck mal, ich renne mal rein. Sondern, das ist halt so, du bist stundenlang unterwegs, baust dir was auf, hast du richtige Rute hinter dir und dann, ah. Du bist halt irgendwann drin, einfach so, in dem Ablauf. Du bist da drin und dann, dann kann man schnell vergessen, dass es halt nur ein Game ist. Ich hatte, äh, bei der, bei der Eins-Situation neulich, also ich weiß nicht, ob ich das falsch interpretiert hab, aber ist es möglich, dass man sich gegenseitig gleichzeitig tötet? Ja. Und er schießt? Ja, okay. Weil das nicht passiert. Das war halt ultra krank so. Ich hab den die ganze Zeit gehört, hab gelauert, er kam um die Ecke, wir haben es schon mal so kurz gesehen und dann gab's einen, so einen Moment, wo wir so zwei Meter voneinander stehen und wir schießen beide. Ich sterbe einfach, aber im Runterfallen oder im Zusammensacken seh ich, wie er halt auch Zusammensackt. Das war völlig, völlig krass. Äh, das gibt's in Hunt Showdown aber auch, was ich grad öfter spiele momentan. Das ist einfach die Server-Latenz. Weil du hast ja im Endeffekt, ähm, ja, so Datenpakete, die ins Netz gesendet werden, dann über alle möglichen Leitungen, Verteiler, Kästen, Anbieter, vom, was weiß ich, was die da für Einrichtungen alles haben. Ja. Teilweise dann über drei Kontinente hinweg, ja okay, drei Kontinente macht jetzt keinen Sinn, aber drei Länder hinweg, ähm, wird das dann, weiß Gott, wohin geschickt und dann zum nächsten wieder rüber auf den PC und bis der ganze Prozess vorbei ist, kann's natürlich sein, dass die Schüsse sich gegenseitig so, dann den Kill machen. Das war irgendwie eine witzige Situation. So ein bisschen Lack hast du halt immer. So, da vorne hätten wir noch eine Police. Ja. Das ist sehr gut. Aber eigentlich brauchen wir gar nichts mehr, oder? Nö, wenn dann, könnte man eher dann mal ein Krankenhaus auf dem Weg mitnehmen und gucken. Stimmt, ja. Puh, also Celeno, da könnten wir ein Krankenhaus finden. Naja, dann. Weil die Police lohnt sich für uns eigentlich gar nicht mehr, behaupte ich. Ja, nee. Null. Dann könnten wir hier jetzt die Straße direkt nach Celeno weiterlaufen. Hm, das ist grad die Frage, brauchst du eigentlich noch irgendeine Sniper? Hier, dir. Du hast ja, du hast ja die Mosi nicht geladen, richtig? Nee, keine Munition dafür. Hm, weil ich hab für die Tundra noch genug Muni. Schau mal her, hier am Boden. Ist schon voll durchgeladen alles und die Muni ist dann Ersatz noch. Dann tausche ich die aber gegen die Mosi, ne? Wie du willst. Ja, ja, sonst kriege ich ja. Die ist halt nicht so stark, die Pioneer, aber... Da wäre halt gleich ein Scope drauf, da kannst du auf Entfernung dann kämpfen damit. Also ich hab mit der schon gut Kills gemacht, aber viele sagen, die ist nicht so gut. Ja, scheiden sich so ein bisschen die Geister bei dem Gerät. Aber ist das Einzelrepetierer oder schießt du... Auch Einzelrepetierer. Ah ja, doch. Steht ja Einzel. Krämeholt, schlaf gut. Danke, dass du da warst. Tschüss. Oh ja. Oh ja. Ciao. Schwarz gut. Oh ja. Hast du da? Oh, jetzt habe ich mal eine richtig spannende Frage für dich. Also, pass auf. In der Alpha damals von Daisy, da gab es so Pfeil und Bogen im Spiel. Der soll auch jetzt vielleicht mal irgendwann noch in absehbarer Zeit wieder zurückkommen. In der neuen Version, die wir jetzt gerade spielen von Daisy. Und jetzt mal so eine Praxisfrage. Ist es theoretisch möglich, so wie damals in Daisy auch möglich gewesen war, dass man sich aus einem biegsamen Stock und einem Seil und angespitzten kleinen Stöcken sich wirklich einen jagdfähigen Bogen baut? Ja, also das ist theoretisch möglich. Aber da brauchst du schon krasses Skills für, damit du erstmal einen geilen Bogen, sag ich mal, herstellst. Also klar, das ist sehr, sehr aufwendig, ist aber definitiv nicht möglich. Was aber halt auch der Punkt ist, du musst es erstmal schaffen, so nah an ein Tier heranzukommen, damit das überhaupt wirksam ist. Also weil du schießt halt mit einem Bogen, selbst mit einem Recurved-Bogen oder so, schießt du jetzt irgendwie nicht 100, 200 Meter präzise, sondern du musst ja ja richtig nah ran. Aber ja, das ist theoretisch möglich. Ist aber halt nicht so easy mal eben, ich nehme jetzt einfach einen Stock und mache da einfach mal so eine Schnur mit zwei Kerben dran und mache noch einen anderen Stock und dann klemme ich ihn dazwischen. Also das hat halt nichts, aber... So unrealistisch ist das gar nicht, ja. Man könnte, wenn dann, so einen Köder auslegen und dann irgendwo oben auf den Baum warten, bis das... Bis das... Ah, übrigens hier für dich habe ich vorhin noch gefunden. Kukri! Du schwörst doch da so drauf. Ja, das muss ich erstmal drauf finden. Aber macht doch Sinn, ne? Das Ding hat halt Schwung so durch die Klinge vorne. Ja, das ist... Also dafür ist das schon sehr geil tatsächlich. Wieso kann ich die Kukri... Ah, doch, jetzt hier. Schaffen. Hast du noch Messer? Weil ich habe sonst auch noch welche. Ja, ja, ich habe auch noch Messer. Oh, da liegt ein... Da liegt ein Repeater einfach rum, okay. Schmeißen wir mal weg. Machen wir... Kampfunfähig, was hier rumliegt. Ist schon nice, so ne Kukri. Ich stelle mir das so vor, du bist da so... im Wald auf dem Baum sitzt, du hast da irgendwie so einen Hasen ausgelegt oder irgendwas. Ne, warte mal, so ein Reh ist doch Bären, oder? Ein Reh ist sehr viel so... Das sind kleine Triebe, Knospen und Rinde. Ah, okay. Also die fressen halt auch ganz viele junge Bäume an, die halt irgendwie, keine Ahnung, frisch rauskommen, Triebe aus dem Boden, die fressen die halt ab. Also, ich glaube, bis man mit einem improvisierten Bogen ein Reh gekillt hat. Bis dahin hat man schon 20 Fische geangelt, glaube ich, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Dann musst du ja auch erst mal schaffen, einen tödlichen Schuss zu setzen bei so einem Reh, oder auch generell. So, mit so einem selbstgebastelten Bogen. Also kann ja selber selbst sein, dass du das dann auch noch triffst. Aber, dass dieser Pfeil dann auch irgendwie noch instant tödlich ist, ist schon schwierig. Da muss man ja, glaube ich, Herz-Lunge so in die Region treffen. Ja. Genau. Ich habe mich da mal auch wegen DayZ recht intensiv damit auseinandergesetzt. Weil in DayZ ist es ja so, in den Kopf halten die Rehe ja weniger Treffer aus. Wobei die so wenig vertragen, dass es eh schon fast egal ist. Wenn du mit der PK-18 schon, die reicht da ein Schuss im Kopf oder auch im Körper, dann ist das Viech eh weg. Aber bei einem kleinkaliberen Schuss, da brauchst du schon einen Kopfschuss, um mehr Damage zu machen in DayZ. Und du kriegst halt auch mehr Fleisch raus, wenn du im Kopftreffer landest in DayZ. Ah, okay. Genau. Weil praktisch das gute Fleisch nicht verletzt wird durch den Schuss sozusagen. Und dann habe ich mich da echt mal so aus Wissbegierigkeit so mal damit auseinandergesetzt und bin halt auf viele Beiträge gestoßen und auch natürlich YouTube-Videos. Und da meinten alle so, ist halt überhaupt gar nicht so vertretbar, dass man so ein Tier durch den Kopfschuss killt. Weil die haben so eine stabile Schädeldecke und das Gehirn von denen ist so klein, dass du eh keinen tödlichen Schuss meistens landest in den Kopf. Und darum sollte man immer Herz-Lunge treffen. Das ist so gängige Regel bei der Rehjagd, habe ich mitbekommen. Und dann mit einem improvisierten Bogen da Herz-Lunge treffen, so puh. Oh, wenn das Ding überhaupt trisst. Also selbst, was ich damit sagen will, ist, selbst so ein Kopftreffer würde im Endeffekt die Versorgung des Viech, das würde halt dann mit einer Erschütterung wahrscheinlich weiterlaufen. Kopftreffer mit einem selbstgebauten Bogen ist, das geht ja nicht durch den Schädel durch. Ja. Also, sehr, sehr unrealistisch würde ich sagen, dass das funktioniert. So. Kurz zur Info, also wir sind hier jetzt gleich bei einer Military und dann sind wir wieder bei dem Dorf, wo wir vorhin auch schon waren. Und dann nördlich hätten wir gleich Celeno und dort hätten wir ein Krankenhaus. Genau, Robert. Blattschuss, so nennt sich das. Irgendwann hast du heute die Schnauze voll von Fisch. Das glaube ich auch, Patrick. Ich glaube, da kann der Fritz aus Erfahrung sprechen mit seinem Seven vs. Spider. Aber das geht dann wieder Richtung Spoiler, ne? He he, jetzt im dritten Mal probier das. He he. Ja, die wollen ja alle, ne? Die wollen wissen, wie es weitergeht. Ja, morgen 18 Uhr. Stimmt, morgen ist ja schon Samstag. Folge 3. So lang ist es gar nicht mehr. Hm. Schauen wir mal, wie viele Fische dann der Fritz gefangen hat. Aber ich gehe mal stark davon aus, das wird echt die Hauptnahrungsquelle gewesen sein. Weil so im Busch, da wirst du ja auch nicht wirklich so viel nahrhaftes Zeug gefunden haben. Außer vielleicht Bären, Brennnessel, Pilze. Du wirst ja den Magen auch irgendwann voll bekommen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass ihr da überwiegend alle Fische gesammelt habt. Oder geangelt habt, besser gesagt. Ja, wie das bei den anderen ist, weiß ich tatsächlich gar nicht. Schiene bauen Beinbruch Army. Schau mein Tutorial an über Knochenbrüche. Da ist ein Speer und Fluss effektiver. Ja. Und wie hat sich denn Blut so regeneriert jetzt mit dem Charakter? Naja, es ist immer noch auf Rot. So richtig regeneriert sich das irgendwie nicht. Ah, schade. Also es blinkt nicht, ist aber immer noch Rot. Ein Pfeil nach oben. Ich sehe mittlerweile wieder ein bisschen Farbe. Oh. Hoffen wir mal, dass wir da in Celino gleich Glück haben. Da gibt es ja ein kleines Krankenhaus. Ah, ja. Ich würde jetzt nur hier den Wald hochgehen und dann von dort oben mal runtergucken. Weit weg ist nicht mehr. Ist nur öfter mal viel los in Celino. Haben wir ja vorhin schon gehört. Die ganzen Schüsse. Ja. Geh die Party ab. Geh die Party ab. Aber so jetzt nur ein First Person zocken? Das taugt dir jetzt auch, oder? Ja, also ich spiele normalerweise, bin ich absoluter First Person Spieler, weil ich halt sonst eher immer Shooter spiele. Von daher ist es für mich schon normal. Und sonst Third Person spielst du ja eher so, boah, was sind das so, weiß ich gar nicht, so Diablo oder so ein Kram, weiß ich gar nicht. Diablo ist ja schon. oder so diese ganzen Dinger. Also normalerweise spiele ich eigentlich gar nicht Third Person, aber irgendwie fand ich das bei Daisy ganz witzig, weil ich dann halt immer so diesen Charakter gesehen habe, fand ich irgendwie geil. Aber jetzt gucke ich ja dich die ganze Zeit an hier. Mit deinem Rucksack und dem Helm und der Hose. Ja klar, es fühlt sich halt schon auch befriedigend an irgendwie, wenn man so den Charakter sieht und was er schon so alles hat. Wir hatten ja heute auch schon vorm Streamer schon gequatscht, so DZSA Launcher und so weiter. Ja. Also mit dem kann man halt auf dem Modde-Server drauf. Die Modder, die haben für Daisy schon coole Sachen noch dazu gemacht. Es gibt da auch so einen Rucksack von... Aha, The Last of Us, sagt dir das was? Ja. Die haben da diesen Rucksack von Ellie von The Last of Us. Den haben die als Mod für Daisy umgesetzt, so Fans praktisch. Ja, krass. Und dieser Rucksack ist eine richtig geile Mod. Da siehst du dann richtig so... Du hast da lauter Slots an dem Rucksack dran und dann siehst du auch, wie da so rechts deine Flasche drin steckt und... Ah, krass. Und siehst auch an der... Siehst auch an der Seite so, wie deine kleine Axt da so mit drin hängt. Ja, das ist schon witzig. Das ist eine richtig geile Mod. Und sowas liebe ich auch, wenn man dann sieht die ganzen Ausrüstungsgegenstände, wie die so am Rucksack dran hängen und so. Das ist einer der geilsten Mods überhaupt. Obwohl es nur ein Rucksack ist im Endeffekt, aber feiere ich mit der meiste so. Pichler, schön, dass du da warst. Schlaf gut. So, da unten hätten wir Military jetzt. Da gehe ich stark davon aus, dass wir hier jemanden sehen irgendwo. Ich habe gerade schon ein bisschen gescoutet, aber habe ich aber keinen gesehen. Mhm. 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 Baracken sind zu... ... Ja, alle zu. Zombies verhalten sich alle ruhig. Das komische ist, die Baracken sind zu und direkt in der Military drin sehe ich jetzt keinen einzigen Zombie. In der Mitte. Das macht schon fast den Eindruck, als wäre da unten jemand gewesen, der die alle gerade eben eingesperrt hat. Also nur so eine Vermutung. Und ein bisschen weiter rechts hätten wir das Krankenhaus dann. Sieht man das von hier aus schon? Kann ich dir zeigen, die Richtung? Schau mal her. Feuerwehr sehe ich da unten. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier von dem Hügel wegkommen. Wir könnten... Ah, genau, ich habe eine Idee. Laufen wir jetzt einfach hier rechts rum. Und zwar das kleine, blaue, längliche Gebäude. Das sieht man jetzt nicht. Das ist rechts von der Feuerwehr praktisch. Ein gutes Stück weiter rechts. Das ist so ein kleines Krankenhaus, ne? Genau, so ein kleines. Aber Zombies sind gespawnt, also muss da einer gewesen sein, oder? Ja, ist eine gute Frage, Gully. Also, ich meine, dass die Zombies auch spawnen, wenn man mit dem Scope nur in die Stadt reinschaut. Kann sein, die Zombies da unten, die sind deswegen entweder erschienen, weil da ein Spieler ist, oder weil wir reingeschaut haben. Ganz hundertprozentig sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht. Na, wo haben wir es denn jetzt, das Krankenhaus? Ah, hier, ich sehe es genau. Das langgezogene blaue Gebäude. Da haben wir es. Ist nur schwer zu sehen, wegen Schwarz-Weiß-Sicht, ne? Ja. Was ich jetzt machen würde, ich würde da hinten bei der nächsten Baumreihe runterlaufen. Wo der Zaun praktisch runterläuft. Falls doch jemand schießt, dann hätten wir da ein bisschen Sichtschutz. Da, wo die Stromkabel sind? Ähm, auch, ja. Die führen da auch lang. Ich warte hier mal auf dich gerade. Bist du hier bei Richtung Stromkabel gerannt? Ähm, ne. Ich bin praktisch bis zu der Baumreihe, die den Berg runterführt. Bis dahin bin ich gelaufen, wo der weiße Zaun entlang läuft, den Berg runter. Ah, ich habe dich, glaube ich, gerade gesehen. Du warst gerade am Wald dran. Genau, da bist du. Okay. Ich warte hier mal eben kurz. Ah, ja. Robin, schön, dass du da warst. Schlaf gut. Und jetzt bin ich noch Fake Luke. Okay. Okay. boy. ī mal gucken ob der feuerwehr einer sitzt sowieso ich bin echt überrascht wie ruhig das heute ist gar nicht erwartet wobei andererseits wenn man so zurück zählt erst die einen beiden die dich erschossen haben dann haben wir den einen noch gefunden vor dem wir weg gerannt sind dann noch mal der eine spieler so wenig begegnungen waren es eigentlich gar nicht heute bloß jetzt auf den schluss zu wird es ein bisschen ich mache das so misstrauisch diese ruhe hier frage der zeit bis knallt er ist doch aber ja auch abgelegt das ist ja abgelegt definitiv ich hätte sogar merk dafür wirst du das haben noch für dich die glock habe ich ja auch noch anders liegen das meck wieder mit und die muni fertig halt wobei bin ich bescheuert ich schmeiße die gold einfach weg dann habe ich ein visier auf der pistole blutgruppenschnelltest das hilft uns nicht blutentnahmesset jetzt wo du sagst wir könnten wir könnten wenn wir beide die selbe blutgruppe haben dann könnte ich dir was spenden oh mein blut ist mittlerweile gelb nice okay dann passt ja problem gelöst jetzt wo wir beim krankenhaus sind ja kann ich sagen ja passt doch perfektes timing ohje oh was donnerts doch schon wieder in dem moment als vorhin die toxische zone kam war ich auch geil so richtig alle in die himmel gucken hä das war aber echt nah wo geht denn die auf auf einmal bam ja wie sieht es aus hast du bock militär oder abchecken ja dann also ist halt so gefährlich ne ja 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 let's go oh da ist ja ne toxischer da ist es nicht mehr weg hä das war jetzt aber ein schuss ja von wo der war von dort hinten oder ja 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 ich hab das jetzt nicht genau gehört was denkst du so aus der richtung oder ne ja ja irgendwie so ein bisschen so richtig hundert prozent puh ja war so ein random schuss in die luft war aber noch recht weit weg ja ja hm vielleicht bei bei dem radioturm oben könnte das gewesen sein hm 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 was machen wir militär abchecken ja ja oder dem schuss auf den grund gehen naja er kann ja sonst wohin wieder sein ja ja das ist immer die sache das war sehr weit weg ich erinnere mich jetzt bewusst in den in den letzten acht jahren hatte ich glaube ich keine situation in daisy wo ich zu nem schuss hingelaufen bin und dann auch wirklich die leute da noch gechillt haben das gibt es eigentlich gar nicht so lustig Pinard einfach ein Headset aufsetzen und dann die Richtung bestimmen Dunkel wird es auch bald Ich habe die ganze Zeit dran denken Gerade nochmal den Sniper hier abchecken Das sieht ruhig aus So ein Waffenpflegeset hattest du ja glaube ich noch keins ne? Ne ich habe noch nie eins gefunden Ich glaube die Zombies die piekse ich mal von hinten weg Mit einem Messer Ooooooh Ok gut Chillig Chillig Pst Ein Helikopter wollen wir hin Helikopterabsturz Fritz Achtung einer Ja Kannst ihn übernehmen Alles gut Alles gut Schauen wir das wir den schnell weg machen und dann gehen wir zum Helikopterabsturz Ja Das ist ja hier die Chance War ich neulich auch bei einem Aber so krass war es guter gar nicht Aber wer weiß Kann man halt öfter mal so Ähm Oh ich sehe ihn noch gar nicht Rauchschwader Ist nur Geräusch gewesen was ich jetzt gehört habe Also wenn man das hört dieses so dieses pop 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 ne So dieses komische ploppen so im Horizont Dann ist es ein Helikopter crash der so quasi runter geschossen wird gerade Ich habe den letzten mal nur durch so eine Rauchschwader halt gesehen Mhm Genau die Rauchschwader dürften wir auch bald erkennen Ich habe auch ständig immer beim zocken irgendwelche Sachen wo ich denke Oh ist das krass ist Und dann merke ich dass das Dreck auf meinem Monitor ist Mal drüber wissen Ja Wäre eigentlich mal ein oder Ich verbringe so viel Zeit am PC Ich muss den hier mindestens einmal im Monat Besser so alle zwei Wochen Muss ich den mal wirklich komplett putzen so Ja ist schon besser So viel Staub vor allem Aber du arbeitest ja auch viel am Rechner von daher Ja aber ich habe halt einen Rechner zum zocken und zum streamen Oh Also quasi einen richtigen Tower Setup Drei Bildschirme und so ein Kram Mhm Und ähm Aber den meisten Kram also ganze Schnitt und E-Mails und alles mache ich halt über den Laptop Ah ok Bin ich flexibler mit kann ich zusammen klappen überall mit hinnehmen und von über aus arbeiten Mhm Müsst du doch jetzt schon eine Rauchschwader sehen oder nicht hier Hm Hm Das passt doch hier nicht Jetzt habe ich vorhin nicht hundertprozentig gehört in welche Richtung das war Aber so offen wie das hier gerade ist Mhm Der kann auch hinter Pavlobo irgendwo noch sein Hinter der Toxic Zone praktisch Hinter der grünen Der Helicrash Das ist eigentlich voll blöd ne Open 4 hier drüber rennen gerade Ja Ja Das ist das Problem wenn zu lange nichts passiert wird man unvorsichtig Ja ja Das kennt jeder Das ist Klassiker und dann plötzlich aus dem nichts Eine Situation Bapapapap Ja Ja Ok Scheiße Das war es jetzt einfach nach viereinhalb Stunden so Oh Geh mal weiter links Aber wenn zu lange ruhig ist ist immer so Ja Fühlt man sich dann zu sicher Ah wo könnte der Heli sein wir könnten jetzt Das kann auch da hinten bei Sorry für den abrupten Richtungswechsel Aber ich glaube die höchste Wahrscheinlichkeit ist dass der da hinten bei den Feldern runtergekommen ist Ich bin mir ziemlich sicher dass ich da hinten schon öfter mal einen Heli-Crash gesehen habe Entsprechend gehe ich stark davon aus dass da die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist dass wir den da finden denn Hmm So weit das kann der ja gar nicht sein Entschuldig Julg ziemlich Vielen Dank. Ich vermute... Ah ja, ich sehe ihn. Genau. Genau drauf zugelaufen. Oh, krass. Aus dem Nichts. Vorsicht jetzt hier. Es kann sein, dass hier jemand... Also, dran ist keiner, aber... Was komisch ist, es sind keine Zombies dran, aber auch keine Zombie-Leichen. Aber spawnen die nicht irgendwie erst, wenn man... Hmm... Ja. 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 Okay. Ich würde es mal wagen. Dass ich da mal einen Blick drauf werfe, was da so rumliegt. Ah, du bist schon unterwegs. Okay, alles klar. Ja, ich hätte mich vorgepirscht zu dieser Rolle. Sehr gut. Grob durchschauen. Paktische Hunter-Jagga. Gut, die habe ich ja schon an. Ja. Cool. Super langer Hut. Ja, hier haben wir getauscht. Nice. Mosen-Money wäre hier noch gewesen. Ja, Visiere liegen hier halt, ne? Wow. Ah, hier ein Helm. Alter, der sieht scheiße aus. Wow. Was ist denn das für ein Heli-Crash? Also entweder hier war schon jemand, weil hier liegen auch so komisch die Visiere und so übereinander. Ich glaube nicht, dass das so normalerweise rumliegt. So auf einem Haufen. Normalerweise ist das ja so verstreut immer. Hm. Also zwei Visiere auf einem Haufen. Ich weiß nicht. Einfach Röckerseits. Ja doch, es sieht schon recht normal aus hier. Ja, das ist ja richtig lausig hier. Ich hätte es zumindest mal eine fette Waffe erwartet, so eine M16 oder sowas. Ich bin enttäuscht. Hm. Ja, schade. Wie sieht es bei dir aus, Fritz? So? Es wird auch bald dunkel auf dem Server. Du hast ja gesagt, du bist Frühaufsteher. Machen wir noch ein bisschen? Oder? Ja, ich habe auch gerade schon mal auf die Uhr geguckt. 23,56. Also für mich ist glaube ich R-Fire hat jetzt 0 Uhr angesagt. Hm. Dann würde ich fast sagen, also ich bin halt auch so, ja, fünf Stunden DayZ jetzt. Bei mir ist halt so bei fünf Stunden so die Marke erreicht, wo DayZ bei mir dann genug der DayZ für einen Tag ist, sag ich jetzt mal. Auf jeden Fall. Ja. Was ich jetzt nur schon vorschlagen würde, habe ich schon gemacht, Alf Karscreen, während wir uns noch einen Punkt zum Ausloggen suchen. Das musst du aber entscheiden, ob du das machen willst. Boah, ne, boah, ich kann ja auch in Vollwild gehen. Einfach. Ja. Ja genau, oder Vollwild, halt einfach Szene wechseln. Und das erlebe ich halt öfter, dass die halt dann sehen, na jetzt hockt das sich hin und dann, dann wirst du noch weggeschnipsert. Ansonsten, ja, wir hätten da noch die Military dann, die wir vorhin abgecheckt haben, oder abchecken wollten, besser gesagt. Das würde jetzt doch den enttäuschenden Heli so... Ja, so ist das Leben halt, ne? Nichts mehr, man kann ja nicht alles haben, ne? Schade, Bananen-Marmelade. Genau. Genau, dann safen wir uns die Charaktere mal. Aber ich sag schon mal, ja, danke, dass wir hier heute die Ehre hatten. Ja, klar. Hat mich gefreut. Hab zu danken. Ne, wie gesagt, ich hätte auch nie gedacht, dass du überhaupt mir zurück antwortest so, aber du bist da anscheinend doch noch so ein Typ, der da so auf dem Boden geblieben ist und... Ja, macht doch Bock hier. Auch mal mit so einem kleinen Fisch wie mir sich einliste. Ja, aber guck mal, kleiner Fisch vielleicht im Sinne von Twitch-Zahlen, dafür halt bin ich der kleine Fisch im Sinne von Spielzeit, in der sie zahlen, so weißt du? Also ist ja... Ist egal. So. Okay, sieht gut aus. Ähm... Ich muss... Überleg grad, einfach nur verlassen drücken, ne? Ja, einfach Exit. Ja, genau. Exit und du kannst noch warten, bis es runter gezählt hat. Ich hab jetzt grad noch gewartet, falls uns doch noch jemand angreift. Genau. Ja, schön. Ja, aber hat mich gefreut, also wir hatten coole Action auf jeden Fall. Ja. Ja. Klar, zum Ende hin war's ein bisschen ruhiger, aber dafür haben wir uns ja noch die Insel angeguckt, kann ich alles noch nicht. Und äh... So ist das Leben in der Zone. Ja. Mhm. Alles klar. Ich danke dir. Und... Ja, gerne, gerne. Willst du ein schönes Wochenende? Dir auch auf jeden Fall, ja. Dann schau ich jetzt gleich ins Bettchen. Mhm. Alles klar. Ja genau, dann schlaf gut, gell, und man hört sich wieder, gell? Definitiv, bis dann. Jo, mach's gut, gell, ciao, ciao. So, der Fritz ist raus. Leute, wir spielen noch, ähm... Wir spielen noch nachher gleich ein bisschen Handshowdown. Ich muss nur eine Kleinigkeit essen, gleich eben noch. Äh... DeLorean, danke für deinen Primesat, mein Lieber. Dankeschön. So, Leute, wir machen jetzt den Abo-Chat auch, ähm... Raus. Den reinen Abo-Chat. Ich hab den heute drin gehabt, weil... Ähm... Ja, es hat heute schon ein etwas anderer Stream wie sonst, ne? Man kennt's. Und... Oh. Ne, ne, ne. Nicht OBS zu machen, sondern Discord, genau. Und... Ja. Wie immer, Leute. Nur, wir zocken mittlerweile... ... ... ... ... ... ...